Dann antwortete ein Echo tief aus dem Inneren. »Klick.« Glokta spürte, wie nach diesem Geräusch etwas in seinem Gesicht zuckte. »Habe ich mir das eingebildet?« Er hoffte es von ganzem Herzen. »Klick.« »Schon wieder? Kein Fehler.« Und vor seinen ungläubigen Augen begannen sich die Kreise in der Tür nun zu drehen. Glokta trat überrascht einen Schritt zurück. Sein Stock scharrte über die Steine der Brücke. »Klick.« Es hatte keinerlei Anzeichen dafür gegeben, dass das Metall nicht aus einem einzigen Stück bestand. Keine Spalten, keine Risse, kein Mechanismus, und dennoch drehten sich die Kreise. Jeder in einer anderen Geschwindigkeit. »Klick.« »Schneller jetzt. Und noch schneller.« Glokta wurde schwindelig. Der innerste Ring, der mit den größten Buchstaben, bewegte sich noch immer schneckengleich. Der äußerste, der dünnste, raste so schnell in die Runde, dass seine Augen ihm nicht folgen konnten. »Klick. Klick. 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 Klick.« Innerhalb der Markierungen fügten sich Formen zusammen, als die Symbole aneinander vorbeiglitten. Linien, Quadrate, Dreiecke, unfassbar verzwickt, tanzten vor seinen Augen und verschwanden dann wieder, während sich die Räder weiterdrehten. Klick. Und die Kreise standen still, zu einem neuen Muster angeordnet. Bayaz streckte den Arm aus und zog den Schlüssel aus der Tür. Es gab ein leises Zischen, kaum hörbar wie von weit entferntem Wasser, und ein langer Riss tat sich in der Tür auf. Die zwei Hälften bewegten sich langsam, ganz langsam voneinander weg. Der Abstand zwischen ihnen vergrößerte sich ständig. Klick. Sie glitten in die Wände hinein und schlossen nun bündig mit den Seiten des viereckigen Durchgangs ab. Die Tür stand offen. »Das«, sagte Bayaz sanft, »ist wirklich vollendete Handwerkskunst. Kein übel riechender Dunst wehte ihnen entgegen, kein Verwesungsgestand, kein Zeichen der langen, vergangenen Jahre, nur ein Schwall kühler, trockener Luft. Und dennoch hat man das Gefühl, einen Sarg geöffnet zu haben. Schweigen, abgesehen von dem Wind, der über die dunklen Steine strich, dem Atem, der seufzend aus Glocktas trockener Kehle fuhr, und dem weit entfernten Schmatzen des Wassers weit unter ihn. Der unheimliche Schrecken war verflogen. Er fühlte nur noch tiefe Besorgnis, als er in die offenstehende Tür sah, aber auch nicht schlimmer, als wenn ich vorm Dienstzimmer des Erzlektors warte. Bayaz wandte sich um und lächelte. »Lange Jahre sind vergangen, seit ich diesen Ort versiegelt habe. Und in all dieser langsam vergangenen Zeit hat kein Mensch die Schwelle überschritten. Ihnen dreien wird wahrlich eine große Ehre zuteil.« Glokta fühlte sich nicht geehrt. Ihm war übel. »Es lauern drinnen Gefahren. Berühren Sie nichts, und gehen Sie nur dorthin, wohin ich Sie führe. Folgen Sie mir ohne großen Abstand, denn die Wege sind nicht immer dieselben.« »Nicht dieselben?« fragte Glokta. »Wie kann das sein?« Der alte Mann zuckte die Achseln. »Ich bin nur der Torwächter«, sagte er, während er den Schlüssel und die Kette wieder unter sein Hemd steckte. »Nicht der Architekt.« Und damit trat er in die Schatten. Jezal fühlte sich nicht gut. Wirklich gar nicht gut. Es war nicht einfach die bösartige Übelkeit, die irgendwie von den Buchstaben an der Tür ausgegangen war. Es war mehr. Ein plötzlicher Anfall von Ekel und Entsetzen. Als habe man einen Becher genommen und getrunken und statt des erwarteten Wassers etwas anderes darin vorgefunden. Pisse vielleicht, in diesem Fall. Dieselbe plötzliche hässliche Überraschung, die jedoch Minuten, ja sogar stundenlang anhielt, Dinge, die er als Narretei oder als Ammenmärchen abgetan hatte, standen plötzlich als Tatsachen vor seinen Augen. Die Welt war ein anderer Ort geworden als der, den er noch einen Tag zuvor erlebt hatte. Ein seltsamer und beunruhigender Ort. Und ihm war der Alte unglaublich viel lieber gewesen. Er konnte nicht begreifen, wieso er hier sein musste. Jezal wusste bitter wenig über Geschichte. Kanedias, Juvens, sogar Bayaz waren für ihn Namen aus verstaubten Büchern, Namen, die er als Kind einmal gehört hatte, damals aber schon nicht spannend gefunden hatte. Es war einfach nur Pech. Alles nur Pech. Er hatte das Turnier gewonnen, und nun war er hier und lief in irgend so einem komischen alten Turm herum. Mehr war es ja nicht. Ein komischer, alter Turm. »Willkommen«, sagte Bayaz, »im Hause des Schöpfers.« Jezal sah vom Boden auf, und ihm blieb der Mund offen stehen. Das Wort Haus konnte kaum beschreiben, wie unglaublich riesenhaft der dämmerige Raum war, in dem er sich nun befand. Das Fürstenrund hätte ohne Schwierigkeiten in seiner Gänze hineingepasst, das gesamte Gebäude, und dann wäre immer noch Platz gewesen. Die Wände bestanden aus rohem Stein, unbehauen, ohne Mörtel zusammengefügt und scheinbar wahllos aufeinandergestapelt, aber sie reichten endlos, endlos weit hinauf. Über der Mitte des Raumes, ganz weit oben, hing etwas. Ein großes, faszinierendes Etwas. Es erinnerte Jezal an ein Navigationsinstrument, das man in riesenhafter Vergrößerung nachgebaut hatte. Ein System aus gigantischen Metallringen, die im Dämmerlicht glänzten, einer um den anderen, mit weiteren kleineren Ringen dazwischen, in ihnen und um sie herum. Hunderte vielleicht, insgesamt gesehen, und voller Markierungen. Schriftzeichen oder möglicherweise auch nur bedeutungslose Kritzeleien. In der Mitte hing eine riesige schwarze Kugel. Bayaz ging bereits voran und trat in einen großen Kreis auf dem Boden, der von komplizierten Linien ausgefüllt wurde, die aus Metall in den dunklen Stein eingelassen worden waren. Seine Schritte halten von hoch oben wieder. Jezal kroch hinter ihm her. Es war etwas Furchteinflößendes, Verwirrendes daran, einen so großen Raum zu durchschreiten. »Dies ist Midderland«, sagte Bayaz. »Was?« Der alte Mann deutete auf den Boden. Die kritzeligen Metalllinien bekamen plötzlich eine Bedeutung. Küsten, Berge, Flüsse, das Land und das Meer. Die Umrisse von Midderland, die hunderte von Landkarten in Jezals Kopf eingegraben hatten, lagen unter seinen Füßen. Das ganze Weltenrund. Bayaz machte eine Handbewegung über die endlose Weite des Fußbodens. In dieser Richtung liegt Angland und dahinter der Norden. Gurkul ist hier drüben. Dort liegen Starikland und das alte Kaiserreich. Und hier die Stadtstaaten von Styrien, wie beispielsweise Suljuk und das weit entfernte Tond. Kanedias stellte fest, dass die Länder der bekannten Welt einen Kreis bilden, dessen Mitte genau hier liegt, bei seinem Haus, und seine weiteste Grenze verläuft durch die Insel Chabuljan, weit im Westen, hinter dem alten Kaiserreich. »Das Ende der Welt«, murmelte der Nordmann und nickte langsam vor sich hin. »Welch eine Arroganz«, schnaubte Glokta, »das eigene Haus für den Mittelpunkt der Welt zu halten.« »Tja«, Bayaz sah sich in dem riesenhaften Raum um. Der Schöpfer litt nie an übergroßer Bescheidenheit, ebenso wenig wie seine Brüder. Jezals starrte mit leerem Blick in die Höhe. Der Raum war noch höher, als er breit und lang war, und die Decke, wenn es denn eine gab, verlor sich in Schatten. Ein eisernes Geländer lief um die unverputzten Wände, eine Galerie, die vielleicht zwanzig Schritt über ihnen lag. Dahinter, noch viel weiter oben, folgte eine weitere. Und noch eine. Und noch eine. Im Halbdunkel kaum zu erkennen. Über all dem hing das seltsame Gebilde. Er zuckte plötzlich zusammen. Es bewegte sich. Alles bewegte sich. Langsam, leicht, still drehten sich die Ringe, verschoben sich, rotierten umeinander. Er konnte sich nicht vorstellen, wie das Ganze angetrieben wurde. Irgendwie musste der Schlüssel es in Gang gesetzt haben, als Bayaz ihn ins Schlüsselloch geschoben hatte. Oder hatte es sich vielleicht Aldi jahrelang gedreht? Ihm war schwindelig. Der ganze Mechanismus schien sich zu bewegen, schneller und schneller, ebenso wie die Galerien, die sich in entgegengesetzter Richtung verschoben. Der starre Blick nach oben verstärkte die Orientierungslosigkeit, die er verspürte, und er heftete die schmerzenden Augen auf den Boden, auf die Landkarte von Midderland unter seinen Füßen. Er hielt den Atem an. Das war ja noch schlimmer. Jetzt schien sich der ganze Boden zu drehen. Die ganze Halle kreiste um ihn. Die Torbogen, die nach draußen führten, sahen allesamt identisch aus, und es gab zwölf oder mehr. Er konnte schon jetzt nicht mehr sagen, durch welchen sie eingetreten waren. Ihn überkam eine Welle fürchterlicher Panik. Nur die weit entfernte schwarze Kugel inmitten dieser seltsamen Vorrichtung stand still. Er hielt seine tränenden Augen verzweifelt darauf gerichtet, zwang sich, langsam zu atmen. Das Gefühl ging vorüber. Die riesige Halle hielt wieder inne, jedenfalls beinahe. Die Ringe bewegten sich immer noch, beinahe nicht wahrnehmbar drängten sie voran. Er schluckte einen Mund voll Spucke hinunter, hob die Schultern und eilte den anderen mit gesenktem Kopf nach. »Nicht dort entlang«, brüllte Bayaz plötzlich. Seine Stimme explodierte in dem zähen Schweigen, schoss hinaus und prallte zurück, hallte tausendmal in dem riesigen Raum wieder. »Nicht dort entlang! Nicht dort entlang! Nicht dort entlang!« Jezal sprang zurück. Der Torbogen und die düstere Halle dahinter sahen genauso aus wie jene, durch die seine Begleiter gegangen waren, aber Jezal erkannte jetzt, dass die Richtige weiter rechts lag. Irgendwie hatte er sich gedreht. »Nur dorthin gehen, wo auch ich hingehe, habe ich gesagt«, zischte der alte Mann. »Nicht dort entlang! Nicht dort entlang!« »Es tut mir leid«, stammelte Jezal, dessen Stimme in der großen Halle winzig klang. Ich dachte, es sieht alles gleich aus. Bayaz legte ihm eine beruhigende Hand auf die Schulter und zog ihn sanft mit sich. »Ich wollte Ihnen keine Angst einjagen, mein Freund, aber es wäre doch eine Schande, wenn ein so vielversprechender Mann in so jungen Jahren schon von uns genommen würde.« Jezal schluckte, starrte in den schattenumwobenen Durchgang und fragte sich, was ihn dort wohl erwartet hätte. Sein Verstand bot ihm jede Menge unangenehmer Möglichkeiten an. Das Echo flüsterte noch immer in sein Ohr, als er sich abwandte. »Nicht dort entlang! Nicht dort entlang! Nicht dort entlang!« Logen hasste diesen Ort. Die Steine waren kalt und tot, die Luft war unbeweglich und tot, und selbst die Geräusche, die sie beim Herumgehen machten, klangen gedämpft und leblos. Es war nicht kalt und auch nicht heiß, und dennoch lief ihm der Schweiß über den Rücken, sein Hals prickelte vor ungerichteter Angst. Er fuhr alle paar Schritte herum, von dem plötzlichen Gefühl gepackt, dass man ihn beobachtete, aber nie war hinter ihm jemand zu sehen. Nur der junge Luthar und der Krüppel Glokta, die genauso verängstigt und verwirrt aussahen wie er. »Wir haben ihn durch diese Hallen gejagt«, raunte Bayaz leise. »Elf von uns. Alle Magi. Das letzte Mal zusammen. Alle außer Kalul. Zacharus und Cornel, sie kämpften hier mit dem Schöpfer, und beide wurden besiegt. Sie hatten Glück, dass sie mit dem Leben davon kamen. Anselmi und Bruchzahn hatten weniger Glück. Canedias brachte ihnen den Tod. Zwei gute Freunde, zwei Brüder, die ich an jenem Tag verlor.« Sie drängten sich auf einem engen Balkon, der von einem blassen Lichtschein erhellt wurde. Auf einer Seite ragten die blanken Steine steil auf, auf der anderen verschwanden sie in einigem Abstand in der Dunkelheit. Ein schwarzer Abgrund, voller Schatten, ohne gegenüberliegende Wand, ohne Decke, ohne Boden. Trotz des unendlich erscheinenden Raums gab es kein Echo. Die Luft bewegte sich nicht. Es gab nicht den kleinsten Hauch. Die Luft war abgestanden und so beklemmend wie in einer Gruft. »Es sollte da unten doch wohl Wasser geben, oder?« murmelte Glock da und sah über die Brüstung. »Irgendwas sollte doch da sein, oder?« Er sah mit zusammengekniffenen Augen hoch. »Wo ist die Decke?« »Hier stinkt es«, jammerte Luthar, eine Hand über den Mund gelegt. Logan stimmte ihm ausnahmsweise einmal zu. Es war ein Geruch, den er gut kannte, und er fletschte die Zähne in Gedanken an den Hass, den er in ihm auslöste. Es riecht nach den beschissenen Plattköpfen. »Oh ja«, sagte Bayas, »auch die Schanker zählen zu den Werken des Schöpfers.« »Zu seinen Werken?« »In der Tat. Er nahm Lehm und Metall und übrig gebliebenes Fleisch, und er schuf sie daraus.« Logan starrte ihn entgeistert an. »Er hat sie geschaffen.« »Um für ihn in seinem Krieg zu kämpfen. Gegen uns.« Gegen die Magi. Gegen seinen Bruder Juvens. Die ersten Schanke hat er hier gezüchtet und sie dann auf die Welt losgelassen, damit sie stärker werden, sich vermehren und Zerstörung bringen. Das war ihr Zweck. Noch viele Jahre nach Kanedias Tod haben wir sie gejagt, aber wir konnten sie nicht alle aufspüren. Wir haben sie bis in die entlegensten Ecken der Welt getrieben, und dort sind sie stärker geworden und haben sich vermehrt, und jetzt kommen sie wieder hervor.« »Um stärker zu werden, sich zu vermehren und Zerstörung zu bringen, ganz wie es immer geplant war.« Logan blieb der Mund offen stehen. »Schanker?« Luthar kicherte und schüttelte den Kopf. Blattköpfe waren kein Thema, über das man sich lustig machte. Logan fuhr herum, blockierte den schmalen Balkon mit seinem Körper und sah in dem Dämmerlicht auf Luthar hinunter. »Gibt's da was zu lachen?« »Na, ich meine, weiß doch jeder, dass es die gar nicht gibt.« »Ich habe mit meinen eigenen Händen gegen sie gekämpft,« knurrte Logan, »mein ganzes Leben lang. Sie haben meine Frau umgebracht, meine Kinder, meine Freunde. Im Norden wimmelt es von den verdammten Plattköpfen.« Er beugte sich hinunter. »Also erzählen Sie mir nicht, dass es die nicht gibt.« Luthar war bleich geworden. Er sah um Unterstützung heischend zu Glokta hinüber, aber der Inquisitor hatte sich gegen die Wand gelehnt und rieb sich sein Bein, die dünnen Lippen zusammengekniffen, das ausgezehrte Gesicht glänzte vor Schweiß. »Mir ist scheißegal, ob es die gibt oder nicht,« fauchte er. »Es gibt reichlich Schank auf der Welt,« zischte Logan und brachte sein Gesicht ganz nah an Luthars. »Vielleicht treffen Sie ja eines Tages welche.« Er wandte sich ab und folgte Bayaz, der bereits durch einen Torbogen am Ende des Balkons verschwand. Auf keinen Fall wollte er an diesem Ort allein zurückbleiben. Schon wieder eine Halle, eine riesengroße, auf jeder Seite mit einem schweigenden Wald aus Säulen, versehen, von einer Vielzahl von Schatten bevölkert. Licht fiel aus Schächten weit oben und warf seltsame Muster auf den Steinboden. Formen aus Licht und Dunkel, Linien zwischen Schwarz und Weiß, beinahe wie Schriftzeichen. »Ist das vielleicht eine Botschaft für mich?« Glokta zitterte. »Wenn ich nur noch einen Augenblick länger hinsehe, dann könnte ich Sie vielleicht verstehen.« Luthar ging an ihm vorbei. Sein Schatten fiel auf den Boden, die Linien wurden unterbrochen und das Gefühl war verschwunden. Glokta schüttelte sich. »Ich fange an, in diesem verfluchten Tome den Verstand zu verlieren. Ich muss klar denken. Nur die Fakten, Glokta, nur die Fakten.« »Woher kommt das Licht denn hier?«, fragte er. Bayaz machte eine ungenaue Handbewegung. »Von oben.« »Es gibt dort Fenster?« »Vielleicht.« Gloktas Stock klackerte mal auf die hellen, mal auf die dunklen Stellen. Sein linker Stiefel schleifte nach. »Gibt es hier nichts außer Hallen und Fluren? Was soll denn das alles?« »Wer kennt schon des Schöpfers Gedanken?«, deklamierte Bayaz wichtig-tuerisch. »Oder kann seine großartigen Entwürfe ermessen?« Er schien beinahe stolz darauf zu sein, niemals eine klare Antwort zu geben. Das ganze Gebäude war eine einzige Verschwendung von Mühe, soweit Glokta das beurteilen konnte. »Wie viele haben hier gelebt?« »Vor langen Jahren, in glücklicheren Zeiten, viele Hunderte. Alle möglichen Leute, die Kanedias dienten und ihm bei seinen Werken halfen. Aber der Schöpfer war stets misstrauisch und wachte eifersüchtig über seine Geheimnisse.« Nach und nach schickte er all seine Anhänger weg, und sie gingen in den Agriont oder an die Universität. Am Schluss lebten hier nur noch drei, Kanedias selbst, sein Assistent, Jeremias – Bayaz hielt einen Augenblick inne – und seine Tochter, Tolomai. »Die Tochter des Schöpfers?« »Was ist mit ihr?«, fauchte der alte Mann. »Nichts, gar nichts.« Und dennoch hat er seine Maske einmal fallen lassen, wenn auch nur für einen Augenblick. Es ist seltsam, dass er sich in diesem Gebäude so gut auskennt. »Wann haben Sie hier gelebt?« Bayaz runzelte heftig die Stirn. »Man kann auch zu viele Fragen stellen.« Glokta sah ihm nach, als er davonging. »Salt hat sich geirrt. Der Erzlektor ist tatsächlich doch fehlbar. Er hat diesen Bayaz unterschätzt, und das ist ihm teuer zu stehen gekommen. Wer ist dieser kahle, reizbare Narr, dem es gelungen ist, den mächtigsten Mann lächerlich zu machen und zu Boden zu schicken?« Hier, tief im Innern dieses unheimlichen Ortes, erschien die Antwort gar nicht mehr so seltsam. »Der Erste der Magie.« »Das ist es.« »Was?«, fragte Logan. Der Flur erstreckte sich in sanftem Bogen nach links und rechts und verschwand in der Dunkelheit. Mauern aus großen Steinblöcken fassten ihn auf beiden Seiten lückenlos ein. Bayaz antwortete nicht. Sanft ließ er die Hände über die Steine gleiten und suchte offenbar nach irgendetwas. »Ja, das ist es.« Bayaz zog den Schlüssel aus seinem Hemd. »Bereiten Sie sich besser vor.« »Worauf?« Der Magus ließ den Schlüssel in ein unsichtbares Schlüsselloch gleiten. Einer der Blöcke, der Wand, verschwand plötzlich und flog mit einem donnernden Knall hoch zur Decke. Logan taumelte und schüttelte den Kopf. Er sah, wie Luthar sich zusammenkrümmte und die Hände auf die Ohren presste. Wieder und wieder schien es, als ob krachende Echos durch den Korridor vibrierten. »Warten Sie«, sagte Bayaz, obwohl Logan ihn kaum verstehen konnte, weil seine Ohren noch so dröhnten. »Fassen Sie nichts an! Gehen Sie nirgendwo hin!« Er trat durch die Öffnung. Den Schlüssel ließ er in der Mauer stecken. Logan sah ihm nach. Ein sanfter Lichtschimmer fiel durch einen engen Durchgang. Ein leises Rauschen war zudem hörbar, wie ein fließender Bach. Eine seltsame, drängende Neugier machte sich in Logan breit. Er blickte die anderen beiden an. Vielleicht hatte Bayaz nur sie gemeint, als er sagte, sie sollten bleiben, wo sie waren. Mit geducktem Kopf schritt er durch die Tür und sah sich mit zusammengekniffenen Augen in einer hellen, runden Kammer um. Licht flutete von hoch oben hinein, grelles, durchdringendes Licht, das nach dem Halbdämmer des restlichen Gebäudes beinahe in den Augen schmerzte. Die gebogenen Wände waren aus makellosem, sauberem, weißem Stein, und über sie ran fließendes Wasser, das sich in einem runden Becken weiter unten sammelte. Die Luft lag kühl und feucht auf Logans Haut. Eine schmale Brücke begann hinter dem Durchgang. Stufen führten nach oben, endeten an einer hohen, weißen Säule, die sich aus dem Wasser erhob. Bayaz stand dort, ganz oben, und sah auf etwas hinunter. Logan schlich sich hinter den Magus und atmete so leise wie möglich. Dort stand ein Block aus weißem Stein. Wasser tropfte von oben auf seine glatte, harte Mitte. Ein regelmäßiges Tap, Tap, Tap. Immer auf dieselbe Stelle. Zwei Dinge lagen unter dem dünnen Film von Nässe. Das eine war eine viereckige Kiste, die schlicht aus dunklem Metall gefertigt war, vielleicht groß genug, dass die Hand eines Mannes hineingepasst hätte. Das andere war wesentlich seltsamer. Eine Waffe vielleicht, wie eine Axt, ein langer Schaft aus dünnen Metallröhren gefertigt, die sich umeinander schlangen, wie die Stämme alter Wein rangten. An einem Ende befand sich ein Griff, in den etwas hineingeritzt worden war, am anderen ein flaches Metallstück mit vielen kleinen, hineingebohrten Löchern, von dem ein langer, dünner Haken herausstand. Das Licht spielte auf seinen vielen dunklen Oberflächen und glitzerte vor feuchten Tropfen. Seltsam. Schön. Faszinierend. Auf dem Griff glänzte ein Buchstabe, mit Silber in das dunkle Metall eingelegt. Logen kannte ihn von seinem Schwert, das Zeichen des Kanedias, das Werk des Meisterschöpfers. »Was ist das?«, fragte er und griff danach. »Nicht anfassen!«, schrie Bajaz und schlug seine Hand weg. »Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt warten!« Logen machte einen unsicheren Schritt zurück. Nie zuvor hatte er den Magus so besorgt reinschauen sehen, aber er konnte den Blick nicht von dem seltsamen Ding auf der Steinplatte abwenden. »Ist es eine Waffe?« Bajaz machte einen langen, tiefen Atemzug. »Eine äußerst schreckliche, mein Freund. Eine Waffe, gegen die euch kein Stahl, kein Stein, keine Magie schützen kann. Kommt ihr nicht einmal nahe. Ich warne euch. Es ist gefährlich.« »Der Trenner«, so hat Kanedias sie genannt, »und damit hat er seinen Bruder Juwins getötet, meinen Meister. Er hat mir einmal gesagt, dass der Trenner zwei Klingen besitzt, eine hier, die andere auf der anderen Seite.« »Was zur Heile bedeutet das?«, fragte Logen leise. Er konnte nicht einmal eine Klinge sehen, mit der man hätte zuschlagen können. Bajaz zuckte die Achseln. »Wenn ich das wüsste, dann wäre ich vermutlich der Meisterschöpfer.« »Und nicht bloß der erste, der Magie.« Er beugte sich vor und hob die Kiste hoch, wobei er das Gesicht verzog, als ob sie sehr schwer sei. »Könntet ihr mir dabei helfen?« Logen schob seine Hände darunter und keuchte. Sie hätte kaum schwerer sein können, wenn es sich um einen soliden Eisenblock gehandelt hätte. »Schwer!«, schnaufte er. »Kanedias hat sie extra so geschmiedet, dass sie viel aushält. So stark, wie er sie mit seiner großen Schmiedekunst erschaffen konnte. Nicht, um seinen Inhalt vor der Welt zu schützen.« Er beugte sich zu Logen hinüber und sagte leise. »Sondern, um die Welt vor ihrem Inhalt zu schützen.« Logen sah mit finsterer Miene auf das Kistchen. »Was ist denn drin?« »Nichts«, brummte Bajaz. »Noch nichts.« Jezal versuchte, an drei Männer zu denken, die er auf der ganzen Welt noch mehr hasste. »Brint?« Der war lediglich ein aufgeblasener Idiot. »Gorst? Der hatte nur sein mickriges Bestes getan, um Jezal beim Fechten zu besiegen. »Bahus? Er war bloß ein wichtig-tuerischer alter Esel.« Nein, diese drei standen ganz oben auf seiner Liste. Der arrogante Alte, mit seinem idiotischen Gebrabbel und seinem selbstgefälligen, geheimnisvollen Gehabe. Der riesenhafte Wilde, mit seinen hässlichen Narben und seinem bedrohlichen Gesichtsausdruck. Der bevormundende Krüppel, mit seinen suffisanten Bemerkungen, der immer so tat, als wüsste er alles über das Leben.« Diese drei, zusammen mit der abgestandenen Luft und der anhaltenden Düsternis in diesem grässlichen Gebäude, sie reichten, damit Jezal fast wiedergekotzt hätte. Schlimmer als die gegenwärtige Gesellschaft, so überlegte er, konnte nur eins sein, gar keine Gesellschaft. Er sah auf die Schatten um sich herum und schauderte bei dem Gedanken. Dennoch hob sich seine Laune, als sie um eine Ecke bogen. Vor ihnen war ein kleines Vierecktageslicht. Er eilte darauf zu, überholte Glokta, der mit seinem Stock den Gang entlang hinkte, und ihm lief das Wasser im Mund zusammen bei dem Gedanken, dass er vielleicht gleich wieder den Himmel über sich würde sehen können. Jezal schloss seine Augen vor Freude, als er ins Freie trat. Der kalte Wind umspielte sein Gesicht, und er sog in vollen Zügen die Luft in seine Lungen. Die Erleichterung war überwältigend, als ob er wochenlang in der Dunkelheit eingesperrt gewesen wäre, als ob sich Finger um seine Kehle geschlossen und nun losgelassen hätten. Er ging über einen großen, weiten Platz, der mit glatten, flachen Steinen gepflastert war. Neun Finger und Bayaz standen nebeneinander an einer Brustwehr, die ihnen etwa bis zur Hüfte reichte, und unter ihnen … Der Agriont kam in Sicht. Ein Flickenteppich weißer Mauern, grauer Dächer, glänzender Fenster, grüner Gärten. Sie war noch nicht annähernd an der höchsten Stelle des Hauses des Schöpfers, erst auf einem der unteren Dächer, über dem Tor, aber dessen ungeachtet erschreckend hoch. Jezal erkannte die Universität, die leuchtende Kuppel des Fürsten Runds, den gedrungenen Klotz des Hauses der Befragungen. Er konnte den Marschallsplatz sehen, die hölzernen Tribünen zwischen den Gebäuden, vielleicht sogar den winzigen gelben Fleck des Fechtrings in ihrer Mitte. Hinter der Zitadelle mit ihrer weißen Mauer und dem blitzenden Wallgraben erstreckte sich die Stadt wie ein ausufernder, grauer Teppich unter dem schmutzig-grauen Himmel bis zum Meer. Jezal lachte, ungläubig und fröhlich. Der Kettenturm war eine Gartenleiter verglichen mit dem hier. Er war so hoch über der Welt, dass es schien, als sei die Welt in ihrem Zeitenlauf angehalten worden. Er fühlte sich wie ein König. Kein anderer hatte das je gesehen, seit Hunderten von Jahren. Er war großartig, überragend, viel wichtiger als die winzigen Menschen, die in den kleinen Gebäuden dort hinten leben und arbeiten mussten. Er wandte sich zu Glock da um, aber der Krüppel lächelte nicht. Er war sogar noch bleicher als sonst, sah finster zu der Spielzeugstadt hinüber, und sein linkes Auge zuckte vor Besorgnis. »Haben Sie Angst vor Höhen?«, lachte Jezal. Glock da wandte ihm sein aschgraues Gesicht zu. »Es gab keine Treppen. Wir sind keine Stufen hinaufgegangen auf dem Weg hierher.« Jezals Grinsen verblasste. »Keine Stufen. Verstehen Sie? Wie kann das sein? Wie? Sagen Sie es mir.« Jezal schluckte, als er über den Weg nachdachte, den sie gekommen waren. Der Krüppel hatte recht. Keine Stufen, keine Rampen. Sie waren weder hinauf noch hinabgestiegen, und dennoch waren sie jetzt hier, hoch über den höchsten Türmen des Agrionts. Ihm wurde schon wieder schlecht. Die Aussicht erschien jetzt schwindelerregend, ekelhaft, obszön. Er trat stolpernd von den Zinnen zurück. Er wollte nach Hause. Ich folgte ihm durch die Dunkelheit. Allein. Und hier stand ich ihm gegenüber. Kanedias, dem Meisterschöpfer. Hier kämpften wir. Feuer und Stahl und Fleisch. Hier standen wir. Er warf Ptolemey vor meinen Augen vom Dach. Ich sah, wie es geschah, aber ich konnte ihn nicht aufhalten. Seine eigene Tochter. Können Sie sich das vorstellen? Niemand hätte das weniger verdient gehabt als Sie. Eine unschuldigere Seele hat es nie gegeben.« Logen runzelte die Stirn. Er wusste nicht, was er dazu sagen sollte. »Hier kämpften wir«, sagte Bayaz leise. Seine kräftigen Fäuste lagen geballt auf den nackten Zinnen. Ich griff ihn an, mit Feuer und Stahl und Fleisch, und er mich. Ich stieß ihn in den Abgrund. Er fiel brennend hinab und wurde auf der Brücke unten zerschmettert. Und so ging der Letzte der Söhne des Euds aus der Welt. Und so viele ihre Geheimnisse gingen verloren. Sie zerstörten sich gegenseitig, alle vier. Welch eine Verschwendung!« Bayaz wandte sich um und sah Logen an. »Aber das ist lange her, nicht wahr, mein Freund? Lange her.« Er blies die Wangen auf und zog die Schultern hoch. »Lassen Sie uns diesen Ort verlassen.« »Er fühlt sich an wie eine Gruft. Er ist eine Gruft. Wir wollen ihn wieder versiegeln und die Erinnerung darin einschließen. All das liegt in der Vergangenheit.« »Tja«, sagte Logen, »mein Vater hat immer gesagt, die Samen der Vergangenheit tragen in der Gegenwart Früchte.« »Das tun sie.« Bayaz streckte die Hand aus, und seine Finger fuhren leicht über das kalte, dunkle Metall der Kiste, die Logen trug. »Das tun sie.« Ihr Vater war ein weiser Mann. Gloktas Bein brannte, sein verbogenes Rückgrat war ein Fluss aus Feuer, vom Hintern bis hoch zu seinem Schädel. Sein Mund war trocken wie von Sägemehl, sein Gesicht war verschwitzt und zuckte, der Atem fuhr ihm pfeifend aus der Nase, aber er zwang sich weiter durch die Dunkelheit zu gehen, weg von der riesigen Halle mit der schwarzen Kugel und ihrer seltsamen Vorrichtung, auf die offene Tür zu und ins Licht. Er stand da, den Kopf zurückgelegt, auf der schmalen Brücke vor dem schmalen Tor. Seine Hand ruhte zitternd auf dem Knauf seines Stocks. Dann blinzelte er und rieb sich die Augen, sog die Luft unter offenem Himmel ein und spürte einen kühlen Luftzug auf seinem Gesicht. Wer hätte gedacht, dass Wind sich so herrlich anfühlen könnte? Vielleicht war es doch ganz gut, dass es keine Stufen gab. Sonst hätte ich es vielleicht gar nicht mehr nach draußen geschafft. Luthar war schon halb wieder über die Brücke geeilt und lief, als ob tausend Teufel hinter ihm her wären. Neunfinger war nicht weit von ihm entfernt, atmete schwer und murmelte immer wieder irgendetwas in Nordisch. Noch am Leben, konnte es vielleicht heißen, wie Glokta dachte. Seine großen Hände krampften sich fest um die viereckige Metallkiste und die Sehnen traten hervor, als ob das Ding so schwer wie ein Amboss sei. Dieser Ausflug hatte noch einen anderen Zweck gehabt, als nur die Position des Magus zu untermauern. Er sah hinter sich in die Dunkelheit und erschauerte. Er war sich nicht sicher, ob er wirklich wissen wollte, was das gewesen war. Bayaz schlenderte aus dem Durchgang und ins Freie, und er sah so selbstgefälligt rein wie immer. »So, Herr Inquisitor«, sagte er gut gelaunt, »wie hat Ihnen der Spaziergang durch das Haus des Schöpfers gefallen?« Ein Vertreter, seltsamer und entsetzlicher Albtraum. Vielleicht wäre ich sogar lieber für ein paar Stunden in die Gefängnisse des Imperators zurückgekehrt. »Ein netter Zeitvertreib am frühen Morgen«, gab er kurz zurück. »Ich freue mich, dass Sie es so unterhaltsam fanden«, lachte Bayaz leise, als er den dunklen Metallstab wieder unter seinem Hemd hervorzog. »Und sagen Sie, glauben Sie immer noch, dass ich ein Lügner bin?« Oder wurde ihr Verdacht endgültig ausgeräumt? Glokta bedachte den Schlüssel mit einem finsteren Blick, auch den alten Mann und die niederschmetternde Dunkelheit im Haus des Schöpfers. »Mein Verdacht wächst mit jedem Augenblick, der vergeht. Er wird nie ausgeräumt, er verändert nur seine Gestalt.« »Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich glauben soll.« »Gut. Sich der eigenen Unwissenheit bewusst zu sein, ist der erste Schritt zur Erleuchtung. Aber im Vertrauen. Ich würde mir vielleicht etwas anderes überlegen, was ich dem Erzlektor sagen wollte.« Glokta fühlte, wie seine Augenlider flatterten. »Sie machen sich besser auf den Weg über die Brücke, Herr Inquisitor, während ich hier abschließe. Meinen Sie nicht auch?« Der Abgrund bis hinunter zum kalten Wasser schien plötzlich keine Furcht mehr auszulösen. »Wenn ich jetzt hinabstürzte, würde ich wenigstens im Licht sterben.« Glokta sah nur einmal zurück, als er hörte, wie sich die Tore des Hauses des Schöpfers mit einem sanften Klicken schlossen. Die Kreise nahmen ihre ursprüngliche Position ein. »Alles ist genauso wie vor unserer Ankunft.« Er drehte der Tür wieder seinen mit Gänsehaut überzogenen Rücken zu, saugte an seinem Zahnfleisch, um die vertrauten Wellen der Übelkeit zu unterdrücken, fluchte und machte sich humpelnd daran, die Brücke zu überqueren. Luthar trommelte verzweifelt an die alten Tore am anderen Ende. »Lassen Sie uns rein!« Er schluchzte beinahe, als Glokta heranhinkte, und ein Hauch von Panik schwang in seiner Stimme mit. »Lassen Sie uns rein!« Schließlich öffnete sich die Tür zitternd und gab die Sicht auf einen entsetzt reinblickenden Wächter frei. »Ach, wie schade! Ich war mir sicher, dass Hauptmann Luthar kurz davor stand, im Tränen auszubrechen. Der stolze Gewinner des Turniers, der kühnste Sohn der Union, die Krone der Männlichkeit liegt auf den Knien und heult. Dieser Anblick hätte den ganzen Ausflug für mich beinahe lohnenswert gemacht.« Luthar schoss durch das offene Tor, und Neunfinger folgte ihm grimmig, die metallene Kiste immer noch auf dem Arm. Der Wächter sah Glokta mit zusammengekniffenen Augen an, als er auf das Tor zuhumpelte. »So schnell schon wieder zurück?« »Du alter Blödmann! Was zum Teufel soll das heißen so schnell? Ich habe erst die Hälfte meiner Eier gegessen. Sie waren weniger als eine halbe Stunde weg!« Glokta stieß ein bellendes, freudloses Lachen aus. »Einen halben Tag vielleicht!« Aber er runzelte die Stirn, als er in den Innenhof sah. Die Schatten fielen noch fast genauso wie zuvor, als sie das Tor durchschritten hatten. »Es ist noch immer früh am Morgen. Aber wie kann das sein?« »Der Schöpfer hat mir einmal gesagt, dass Zeit nur in unseren Köpfen existiert.« Glokta zuckte zusammen und wandte den Kopf. Bayaz war hinter ihm herangekommen und tippte mit einem dicklichen Finger gegen seinen kahlen Kopf. »Es könnte schlimmer sein, glauben Sie mir. Wenn Sie wieder herauskommen, bevor Sie eigentlich hineingegangen sind, dann müssen Sie sich wirklich Sorgen machen.« Er lächelte, und seine Augen glänzten im Licht, das durch das Tor fiel. »Spielt er den Narren? Oder versucht er, mich zum Narren zu halten? So oder so, diese Spielchen werden langsam ermüdend.« »Genug gerätselt«, sagte Glokta scharf. »Warum sagen Sie mir nicht einfach, was Sie suchen?« Der Erste der Magi, wenn er es denn wirklich war, grinste nur noch breiter. »Ich mag Sie, Herr Inquisitor. Ich mag Sie wirklich.« »Es würde mich nicht überraschen, wenn Sie der einzige ehrliche Mensch wären, den es in diesem ganzen verdammten Land noch gibt. Wir sollten uns bei Gelegenheit einmal unterhalten, Sie und ich. Darüber, was ich will, und darüber, was Sie wollen.« Sein Lächeln verschwand, aber nicht heute, und er trat durch die offene Tür und ließ Glokta in den Schatten zurück. Der Sohn seines Vaters »Wieso ich?«, murmelte West durch die zusammengebissenen Zähne vor sich hin, während er über die Brücke zum Südtor blickte. Der Blödsinn unten am Hafen hatte ihn mehr Zeit gekostet als erwartet, sehr viel mehr. Aber war das heutzutage nicht mit beinahe allem so? Manchmal hatte er das Gefühl, als sei er der Einzige in der Union, der sich ernsthaft auf einen Krieg vorbereitete und das ganze Unterfangen allein organisieren musste, bis hin zu den Nägeln, die gebraucht wurden, um die Eisen an die Pferdehufe zu schlagen. Er kam schon wieder zu spät zu seinem täglichen Treffen mit Marshal Burr, und er wusste, dass es an diesem Tag wieder hundert unmögliche Dinge für ihn zu erledigen gab. Das war immer so. Eine völlig sinnlose Auseinandersetzung am Tor des Agrions war nun das Letzte, was er brauchte. »Wieso passiert so etwas immer mir?« Sein Kopf begann wieder zu schmerzen, das nur allzu bekannte Pochen hinter den Augen. Jeden Tag schien es früher einzusetzen und heftiger zu werden. Wegen der Hitze der letzten Tage hatte man es den Wachen gestattet, ohne volle Rüstung zum Dienst zu erscheinen. West nahm an, dass zumindest zwei der Männer das inzwischen bereuten. Einer war in der Nähe des Tores auf dem Boden zusammengebrochen, die Hand zwischen die Beine geklemmt und wimmerte laut. Sein Vorgesetzter stand vorn übergebeugt neben ihm. Blut lief aus seiner Nase und hinterließ dunkle, rote Tropfen auf den Steinen der Brücke. Die zwei anderen Soldaten des Kommandos hatten ihre Speere gesenkt, die Klingen auf einen dürren, dunkelhäutigen Jüngling gerichtet. Ein weiterer Südländer stand nicht weit entfernt, ein alter Mann mit langem, grauem Haar, der sich gegen das Geländer lehnte und die Szene mit einem Ausdruck äußerster Resignation beobachtete. Der Jüngling sah kurz über seine Schulter, und West spürte einen Stich der Überraschung. Eine Frau. Das schwarze Haar, kurz abgeschnitten, stand in unordentlichen, fettigen Stacheln wild vom Kopf ab. Ein Ärmel war an der Schulter abgerissen, ein langer, sehniger Arm ragte aus diesem Loch und endete in einer Faust, die sich fest um ein gebogenes Messer krallte. Die Klinge glänzte spiegelhell und bösartig scharf, ungefähr das einzige an ihr, das sauber aussah. Eine dünne, graue Narbe lief auf der rechten Seite über ihr ganzes Gesicht, durch ihre schwarze Augenbraue und über ihre unwillig verzogenen Lippen. Es waren jedoch vor allem ihre Augen, die West völlig unvorbereitet trafen, leicht schräg und schmal, voll tiefster Feindseligkeit und Misstrauen zusammengekniffen und gelb. Er hatte in seinem Leben schon einige Kanteser gesehen während des Krieges im Gurkul, aber solche Augen hatte er noch nie zuvor erblickt. Tief, tief, intensiv, goldgelb wie Pisse. Das war der Geruch, den er wahrnahm, als er sich näherte. Pisse und Schmutz und jede Menge alter, saurer Schweiß. Er erinnerte sich aus seinen Kriegstagen daran, an den Gestank von Männern, die sich sehr lange nicht gewaschen hatten. West kämpfte gegen den Drang, die Nase zu rümpfen und durch den Mund zu atmen und gegen das Verlangen, einen weiten Kreis um die Frau zu schlagen und außerhalb der Reichweite ihrer schimmernden Klinge zu bleiben. Man darf keine Angst zeigen, wenn man eine gefährliche Lage entschärfen will, ganz egal, wie viel man auch verspürt. Er hatte bisher die Erfahrung gemacht, wenn man so tat, als habe man alles im Griff, dann hatte man das zur Hälfte wirklich schon geschafft. »Was zum Teufel ist hier los?«, donnerte er den blutverschmierten Korporal an. Es war nicht nötig, den Zornigen zu spielen. Es wurde immer später und sein Ärger wuchs von einem Augenblick zum nächsten. »Diese stinkenden Bettler wollten den Agriont betreten, Herr. Ich habe natürlich versucht, sie abzuweisen, aber sie haben Papiere.« »Papiere?« Der seltsame alte Mann tippte West auf die Schulter, reichte ihm ein gefaltetes Dokument, das an den Kanten etwas beschmutzt und zerknittert aussah. Er las es, und sein Gesicht verfinsterte sich währenddessen immer mehr. »Dies ist ein Passierschein, der von Lord Hoff selbst unterzeichnet wurde. Wir müssen Ihnen Einlass gewähren.« »Aber doch nicht bewaffnet, Herr. Ich habe gesagt, dass Sie hier nicht bewaffnet hinein dürfen.« Der Korporal hielt einen seltsam aussehenden Bogen aus dunklem Holz in einer Hand, einen gebogenen Säbel kurkisischer Machart in der anderen. »Es war schwierig genug, sie dazu zu bringen, dass sie mir das hier übergeben hat. Aber dann habe ich versucht, sie zu durchsuchen, diese kurkisische Hure.« Die Frau zischte etwas und trat schnell einen Schritt vor, woraufhin sich der Korporal und seine zwei Wachleute eng zu einer kleinen Gruppe zusammendrängten. »Alte Frieden, Ferro!«, seufzte der alte Mann auf Kantesisch. »Um Gottes Willen, Frieden!« Die Frau spuckte auf die Steine der Brücke und fauchte eine Verwünschung, die West nicht verstand, und sie schwenkte die Klinge auf eine Art und Weise vor und zurück, die nahe legte, dass sie ihr Messer zu gebrauchen verstand und auch nur zu gern dazu bereit war. »Wieso immer ich?«, brummte West vor sich hin. Es war klar, dass er nicht einfach würde gehen können, bevor dieses Problem nicht gelöst war, als ob er nicht schon genug Sorgen hatte. Er holte tief Luft und tat sein Bestes, um sich in die Lage der stinkenden Frau zu versetzen. Eine Fremde, umgeben von seltsam aussehenden Menschen, die Dinge sagten, die sie nicht verstand, Speere schwangen und sie durchsuchen wollten. Wahrscheinlich dachte sie genau in diesem Augenblick, dass West absolut scheußlich roch, wahrscheinlich mehr verwirrt und verängstigt als gefährlich. Sie sah allerdings sehr gefährlich aus und nicht im Geringsten so, als ob sie Angst hätte. Der alte Mann erschien der Vernünftigere der beiden, also wandte sich West zunächst an ihn. »Seid ihr zwei aus Gorkul?«, fragte er ihnen gebrochenem Kantesisch. Der alte richtete die müden Augen auf West. »Nein, der Süden besteht nicht allein aus Gorkul.« »Kadir, dann? Taurisch?« »Ihr kennt den Süden?« »Ein wenig. Ich habe dort im Krieg gekämpft.« Der alte Mann deutete mit einer Kopfbewegung auf die Frau, die sie misstrauisch aus ihren gelben Schlitzaugen ansah. »Sie stammt aus einem Land namens Muntas.« »Davon habe ich noch nie gehört.« »Warum solltet ihr auch?« Der alte zuckte die Achsel hin. »Ein kleines Land am Meer, weit östlich von Schaffa, hinter den Bergen. Die Gurkisen haben es vor Jahren erobert, und die Menschen dort wurden vertrieben oder versklavt. Seitdem war sie offenbar ziemlich schlechter Laune. Die Frau sah sie grimmig an und behielt immer noch die Soldaten im Auge. »Und ihr?« »Oh, ich komme aus einem weit südlicheren Land, noch hinter Kanta, hinter der Wüste, über das Weltenrund hinaus. Das Land, in dem ich geboren wurde, wird auf euren Landkarten nicht auftauchen, mein Freund. Yulvei, heiße ich.« Er streckte eine lange, schwarze Hand aus. »Colum West«. Die Frau sah ihnen misstrauisch zu, während sie sich die Hand schüttelten. »Dieser Mann hier heißt West, Farrow. Er hat gegen die Gurkisen gekämpft. Reicht das, damit du ihm vertraust?« Yulvei klang nicht besonders hoffnungsvoll. Und tatsächlich hielt die Frau ihre Schultern weiterhin verkrampft und kampfeslustig, und sie umklammerte nach wie vor ihr Messer. Einer der Soldaten wählte unglücklicherweise diesen Augenblick, um seinen Speer schwenkend einen Schritt nach vorn zu machen, und die Frau bleckte die Zähne, spuckte aus und schrie weitere unverständliche Flüche. »Das reicht!«, hörte West sich selbst die Wache an. »Nehmen Sie Ihre verdammten Speere weg!« Die Männer blinzelten ihn verdattert an, und er bemühte sich, seine Stimme wieder unter Kontrolle zu bringen. »Ich denke nicht, dass es sich um eine groß angelegte Invasion handelt. Oder was meinen Sie? Nehmen Sie die Waffen weg!« Zögernd drifteten die Speerspitzen weg von der Frau. West trat festen Schrittes auf sie zu, seine Augen mit all der Autorität, die er aufbringen konnte, auf die ihren gerichtet. »Keine Angst zeigen!«, sagte er zu sich selbst. Aber sein Herz hämmerte. Er streckte die Hand mit der Fläche nach oben aus, beinahe weit genug, um sie zu berühren. »Das Messer!«, sagte West scharf in seinem schlechten Kantesisch. »Bitte!«, »man wird Euch nichts antun!«, »Ihr habt mein Wort!« Die Frau sah erst ihn an, mit diesen schmal geschlitzten, wachsamen, gelben Augen, dann die Wächter mit ihren Speeren, dann wieder ihn. Sie nahm sich viel Zeit. West stand da, mit trockenem Mund, noch immer klopfendem Herzen, wohl wissend, dass es später und später wurde, schwitzend unter seiner Uniform in der heißen Sonne und versuchte, den Geruch der Frau zu ignorieren. Die Zeit verging. »Bei Gottes Zahn, Ferro!«, fauchte der alte Mann plötzlich. »Ich bin alt!«, »hab Mitleid mit mir!«, »Ich habe vielleicht nur noch ein paar Jahre!« »Gib dem Mann das Messer, bevor ich sterbe!« »Ssssss!«, zischte sie und zog die Oberlippe hoch. Einen schwindlig machenden, langgezogenen Augenblick fuhr das Messer hoch, dann fiel der Griff in Wests Hand. Er gönnte es sich kurz erleichtert zu schlucken. Bis zuletzt war er sich beinahe sicher gewesen, sie würde ihm das scharfe Ende zu spüren geben. »Danke«, sagte er wesentlich ruhiger, als er sich fühlte. Er reichte das Messer an den Korporal weiter. »Verwahren Sie die Waffen und eskortieren Sie unsere Gäste in den Agriont. Und wenn jemandem etwas zustößt, im Besonderen ihr, werde ich Sie dafür zur Verantwortung ziehen, verstanden!« Er funkelte den Korporal einen Augenblick lang an, dann trat er durch das Tor in den Tunnel, bevor etwas anderes schiefgehen konnte, und ließ den alten Mann und die stinkende Frau hinter sich zurück. Sein Kopf dröhnte noch mehr als zuvor. Verdammt! Er kam zu spät. »Wieso zum Teufel immer ich?« brummte er vor sich hin. »Ich bedauere, aber die Waffenschmieden sind für heute geschlossen,« erklärte Major Valimir hämisch und sah auf West herunter, als sei er ein Bettler, der ihn um Kleingeld anging. »Unsere Quoten sind erfüllt, weit vor dem geplanten Datum, und wir werden die Feuer diese Woche nicht mehr anschüren. Vielleicht, wenn sie pünktlich gekommen wären.« Das Pochen in Wests Kopf wurde schlimmer denn je. Er zwang sich langsam zu atmen und seine Stimme ruhig und gelassen klingen zu lassen. Es war nichts zu gewinnen, wenn er jetzt die Beherrschung verlor. Damit war nie etwas zu gewinnen. »Ich verstehe, Herr Major«, sagte West geduldig, »aber wir sind im Krieg. Viele der frisch rekrutierten Soldaten sind kaum bewaffnet zu uns gekommen, und Lord Marshal Burr lässt darum bitten, dass sie die Schmieden wieder in Betrieb nehmen, um Ausrüstung für sie bereitzustellen.« Das stimmte zwar nicht ganz, aber seit er zum Stab des Marshalts gehörte, hatte West es mehr oder weniger aufgegeben, den Leuten die ganze Wahrheit zu erzählen. So bekam man einfach nichts geregelt. Er befleißigte sich jetzt einer Mischung aus Gebettel, Gebrüll, dreisten Lügen, katzbuckelnder Anbieterei und versteckten Drohungen. Und inzwischen konnte er recht gut einschätzen, welche Taktik bei welchem Mann die besten Ergebnisse zeitigte. Leider hatte er bei Major Valimir, dem Vorsteher der königlichen Waffenkammer, noch nicht den richtigen Ton getroffen. Auf irgendeine Weise machte die Tatsache, dass sie beide denselben Rang bekleideten, die Sache sogar noch schwieriger. Er würde wohl kaum damit durchkommen, den Mann richtiggehend einzuschüchtern, aber konnte sich auch nicht dazu überwinden, vor ihm zu Kreuze zu kriechen. Dazu kam noch, dass sie hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Status alles andere als gleichberechtigt waren. Valimir war alter Adel, entstammte einer mächtigen Familie und war über allemaßen arrogant. Neben ihm erschien Jezal den Luthar geradezu bescheiden und selbstlos, und Valimirs völliger Mangel an Felderfahrung machte die Sache nur noch schlimmer. Er benahm sich doppelt hochfahrend, um über diese Tatsache hinwegzutäuschen. Befehle von West mochten sie auch von Marshal Burr selbst stammen, waren ihm so willkommen, als überbringe sie ein stinkender Schweinehirt. Das war heute nicht anders. Die Quoten dieses Monats sind erfüllt, Major West. Valimir gelang es, den Namen besonders geringschätzig auszusprechen. Die Schmieden sind geschlossen, das ist alles. Und Sie möchten, dass ich das dem Lord Marshal mitteile? Die Bewaffnung der Soldaten fällt unter die Verantwortung jener Lords, die Sie rekrutieren, deklamierte Valimir mit fester Stimme. Man kann mir keinen Vorwurf machen, wenn Sie Ihre Pflichten nicht erfüllen. Das ist ganz einfach nicht unser Problem, Herr Major West. Und das dürfen Sie dem Lord Marshal gern ausrichten. Genau so liefen die Dinge jedes Mal ab, hin und her, von Burrs Offiziersstube zu den verschiedenen Abteilungen, zu den Kommandanten der Kompanien, Bataillonen, Regimentern, zu den Geschäften aller Orten im Agriont und in der Stadt, zu den Waffenschmieden, den Kasernen, den Stallungen, den Häfen, von denen aus die Soldaten samt ihrer Rüstung in nur wenigen Tagen auslaufen würden, und wieder dorthin zurück, wo er angefangen hatte. Nach vielen zurückgelegten Meilen, ohne dass er irgendetwas erreicht hätte. Jeden Abend fiel er wie ein Stein ins Bett, nur um ein paar Stunden später wieder hochzuschrecken und von vorn zu beginnen. Als Kommandant eines Bataillons war es ein Handwerk gewesen, den Feind mit Stahl und Eisen zu bekämpfen. Als Stabsoffizier war es nun seine Aufgabe, die eigene Seite mit Papier zu befäden und mehr Sekretär, denn Soldat zu sein. Er fühlte sich wie ein Mann, der versucht, einen Felsblock, einen Berg, empor zu stemmen. Man strengte sich an und mühte sich ab, kam keinen Schritt voran, konnte aber auch nicht aufhören, weil sonst der Fels ins Rollen kommen und einen unter sich begraben würde. Und während der ganzen Zeit lungerten arrogante Arschlöcher, die sich in genau derselben Gefahr befanden, auf diesem Abhang neben ihm herum und erklärten lapidar, Er verstand inzwischen, wieso es während des Kriegs in Gurkul manchmal nicht genug Nahrung für die Männer gegeben hatte oder nicht genügend Kleidung oder Wagen, um den Nachschub zu transportieren oder Pferde, um die Wagen zu ziehen oder alle möglichen anderen Dinge, die unbedingt nötig und eigentlich leicht zu beschaffen waren. West wollte sich auf keinen Fall nachsagen lassen, dass etwas Ähnliches geschah, nur weil er etwas übersehen hatte. Und er wollte sich noch weniger nachsagen lassen, dass Männer starben, weil sie keine Waffen zum Kämpfen erhalten hatten. Wieder versuchte er sich zu beruhigen, aber sein Kopf schmerzte immer stärker und der mühevolle Versuch der Selbstbeherrschung ließ seine Stimme brüchig klingen. Und was, wenn wir irgendwann in einem Sumpf in Anglern stecken, mit einem Grüppchen ungenügend bekleideter, unbewaffneter Bauern, um die wir uns kümmern müssen, was ist dann, Major Valimir, Wessen Problem ist es dann? Ihr sicher nicht würde er noch leisten, ihrer kalten Schmiedegesellschaft. Kaum der das gesagt hat, wusste West, dass er zu weit gegangen war. Sein Gegenüber ging geradezu in die Luft. Wie können Sie es wagen, Herr Major? Wollen Sie hiermit meine persönliche Ehre anfechten? Meine Familie stellt seit neun Generationen Männer für die Königstreuen. West rieb sich die Augen und wusste nicht recht, ob er lachen oder weinen sollte. Ich zweifle nicht im Geringsten an ihrem Mut. Ich versichere Ihnen, das war nicht meine Absicht. Er versuchte, sich in Valimirs Lage zu versetzen. Dabei wusste er nicht genau, unter welchem Druck der Mann stehen mochte. Wahrscheinlich wollte er lieber Soldaten kommandieren, als der Schmiede vorzustehen. Es nützte nichts. Der Mann war ein Scheißkerl und West hasste ihn. Hier geht es nicht um Ihre Ehre, Herr Major, oder um die Ihrer Familie. Hier geht es darum, dass wir zum Krieg gerüstet sein müssen. Valimirs Augen waren tödlich kalt geworden. Was glauben Sie, mit wem Sie sprechen, Sie dreckiger Bürgerlicher? Ihren Einfluss verdanken Sie nur Marshal Burr, und er ist ein Provinzesel, der allein durch viel Glück auf seine Position gekommen ist. West blinzelte. Er ahnte natürlich, was hinter seinem Rücken über ihn getuschelt wurde, aber es war etwas anderes, es so direkt ins Gesicht gesagt zu bekommen. Und wenn Burr mal nicht mehr da ist, was wird dann aus Ihnen? Na, wo werden Sie dann sein, wenn Sie sich nicht mehr hinter ihm verstecken können? Sie sind nicht von edlem Blut. Sie haben keine Familie. Valimirs Lippen verzogen sich zu einem kalten, gehässigen Grinsen. Abgesehen von Ihrer Schwester natürlich. Und nach dem, was ich gehört habe. Beinahe gegen seinen Willen schnellte West nach vorn. »Was?«, fauchte er. »Was war das?« Sein Gesichtsausdruck musste wahrlich furchterregend sein. Er beobachtete, wie Valimir die Farbe aus dem Gesicht wich. »Ich, ich...« »Glauben Sie, ich brauchte Burr, um meine Schlachten zu schlagen? Sie beschissener, rückgratloser Wurm!« Ohne dass er es merkte, hatte er sich wieder nach vorn bewegt, und Valimir stolperte rückwärts gegen die Wand, duckte sich zur Seite und hob einen Arm, als ob er einen erwarteten Schlag abwehren wollte. West konnte gerade noch verhindern, dass seine Hände den kleinen Bastard ergriffen und ihn schüttelten, bis ihm der Kopf abfiel. Sein eigener Schädel brummte und pochte. Es fühlte sich an, als ob der Druck seine Augen aus dem Kopf pressen würde. In tiefen, langsamen Atemzügen holte er Luft durch die Nase, ballte seine Fäuste, bis sie wehtaten. Der Zorn ließ langsam nach, wieder bis jenseits des Punktes, wo er drohte, plötzlich die Kontrolle über seinen Körper zu gewinnen. Jetzt pulsierte er nur noch und drückte ihm auf die Brust. »Wenn Sie etwas über meine Schwester zu sagen haben,« flüsterte er leise, »dann können Sie das tun. Sagen Sie es jetzt!« Er ließ seine Hand langsam sinken, bis sie den Knauf seines Degens erreichte. »Und dann können wir die Angelegenheit außerhalb dieser Mauern beilegen.« Major Valimier zuckte noch weiter zurück. »Ich habe nichts gehört,« hauchte er, »gar nichts.« »Gar nichts.« West sah einen Augenblick auf das weiße Gesicht hinunter, dann trat er einen Schritt zurück. »Wenn Sie dann die Güte hätten, die Schmieden wieder für mich in Betrieb zu nehmen, wir haben noch sehr viel Arbeit, die wir hinter uns bringen müssen.« Valimier blinzelte kurz. »Natürlich. Ich lasse die Feuer sofort wieder anzünden.« West drehte sich auf dem Absatz um und stolzierte davon, wohl wissend, dass der Mann ihm Blicke wie Dolchen nachwarf, wohl wissend, dass er eine ohnehin schon üble Lage noch verschlimmert hatte. Noch ein hochwohlgeborener Feind neben den vielen anderen. Und das Bitterste daran war, der Kerl hatte recht. Ohne Börr war er so gut wie erledigt. Er hatte keine Familie, von dieser Schwester mal abgesehen. Verdammt, sein Kopf schmerzte so sehr. »Wieso ich?« zischte er leise. »Wieso?« Es war immer noch jede Menge zu erledigen, genug, dass es für einen ganzen Tag genügt hätte, aber West hielt es nicht mehr aus. Sein Kopf tat ihm so weh, dass er kaum noch sehen konnte. Er musste sich einen Augenblick hinlegen, im Dunkeln, mit einem nassen Tuch über dem Gesicht, wenn auch nur für eine Stunde oder gar eine Minute. Er suchte in seiner Tasche nach dem Schlüssel, die andere Hand über die brennenden Augen gelegt, die Zähne zusammengebissen, dann hörte er ein Geräusch von der anderen Seite der Tür. Ein leises Gläser klirren. Ardi! »Nein!«, fauchte er vor sich hin. »Nicht jetzt!« »Wieso hatte er ihr überhaupt jemals einen Schlüssel gegeben?« Leise fluchend hob er die Hand, um an die Tür zu klopfen. Er klopfte bei sich selbst. So weit war es mit ihm schon gekommen. Seine Faust gelangte nicht bis an das Holz. Ein höchst unangenehmes Bild tauchte in seinem Hinterkopf auf. Ardi und Luthar, nackt und verschwitzt, die sich auf dem Teppich wälzten. Er drehte den Schlüssel schnell im Schloss und stieß die Tür auf. Sie stand am Fenster, allein und, wie West erleichtert feststellte, vollständig bekleidet. Weniger gefiel ihm, dass sie sich gerade aus dem Dekanter ein Glas randvoll einschenkte. Sie hob die Augenbraue, als er ins Zimmer geplatzt kam. »Ah, du bist es!« »Wer zum Teufel sollte es denn sonst sein?« gab West scharf zurück. »Das hier ist ja wohl meine Wohnung, oder nicht?« »Da hat aber jemand heute Morgen nicht die allerbeste Laune.« Ein wenig Wein schwappte aus dem Glas und auf den Tisch. Sie wischte die Pfütze mit der Hand weg, nuckelte an ihren Fingern und nahm dann einen langen Schluck. Jede ihrer Bewegungen reizte ihn. West verzog das Gesicht und warf die Tür zu. »Musst du so viel trinken?« »Ich meine, gehört zu haben, dass eine junge Dame sich einer nutzbringenden Beschäftigung widmen soll.« Sie warf die Worte wie nebenbei hin, wie immer, aber trotz seiner Kopfschmerzen merkte West, dass hier etwas nicht stimmte. Sie sah immer wieder zum Schreibtisch hinüber und bewegte sich schließlich langsam darauf zu. Er erreichte das Tischchen als erster, riss ein Stück Papier an sich, auf dem eine einzige Zeile stand. »Was ist das?« »Gar nichts. Gib es mir!« Er hielt sie mit einem Arm auf Abstand und las. »Am üblichen Treffpunkt. Morgen Abend.« A. West bekam eine Gänsehaut vor Entsetzen. »Nichts! Gar nichts!« Er fuchtelte mit dem Brief vor Ardis Gesicht herum. Sie wandte sich von ihm ab, schüttelte den Kopf, als wolle sie eine Fliege verscheuchen, sagte nichts, nahm aber geräuschvoll einen großen Schluck Wein aus dem Glas. West knirschte mit den Zähnen. »Es ist Luthar, nicht wahr?« »Das habe ich nicht gesagt.« »Das musst du auch nicht!« Weiß traten die Knöchel seiner Hand hervor, als er das Papier zu einem winzigen Ball zusammenknüllte. Er wandte sich halb zur Tür, jeder Muskel angespannt und zitternd. Nur so konnte er die Beherrschung aufbringen, nicht sofort loszustürmen und den kleinen Drecksack zu erwürgen, und es gelang ihm, sich selbst einen Augenblick lang zum Denken zu zwingen. Jezal hatte ihn im Stich gelassen, und zwar ziemlich übel. Dieser undankbare Scheißkerl! Aber andererseits war es denn auch wieder nicht so unglaublich schockierend. Er war nun mal ein arroganter Idiot. Wenn man Wein in einer Papiertüte aufbewahrt, darf man sich nicht beklagen, wenn sie leckt. Außerdem war es ja nicht Jezal, der hier Briefe schrieb. Was nützte es da, wenn er ihn aus dem Weg schaffte? Es würde immer wieder andere junge Hohlköpfe geben. Wo führt das alles hin, Adi? Sie nahm auf dem Sessel Platz und sah ihn über den Rand ihres Glases hinweg frostig an. Was denn alles, lieber Bruder? Du weißt, was ich meine. Sind wir denn nicht eine Familie? Können wir denn nicht offen miteinander umgehen? Wenn du etwas zu sagen hast, dann immer heraus damit. Was glaubst du denn, wohin das führt? Ich glaube, dass es dich auf direktem Weg in die Gosse führt. Unter größten Schwierigkeiten zwang er sich zu einem etwas leiseren Ton. Diese Sache mit Luthar ist schon viel zu weit gegangen. Briefe? Briefe? Ich hatte ihn gewarnt, aber so wie es aussieht, war nicht er das Problem. Das denkst du dir nur. Denkst du dir überhaupt irgendwas? Das muss aufhören, bevor die Leute zu reden anfangen. Er hatte das Gefühl, dass sich eine erstickende Enge in seiner Brust breitmachte, atmete tief durch, aber seine Stimme dröhnte dann doch viel zu laut. Sie reden verdammt noch mal jetzt schon! Das muss aufhören! Hast du mich verstanden? Ich habe es gehört, sagte sie achtlos. Aber wen interessiert denn, was die denken? Mich! Beinahe schrie er. Weißt du, wie hart ich arbeiten muss? Glaubst du, ich sei ein völliger Narr? Du weißt, was du anrichtest, Ardi! Sein Gesicht nahm einen düsteren Ausdruck an, aber er zwang sich, weiter zu sprechen. Es ist ja nicht so, dass das hier jetzt das erste Mal wäre. Muss ich dich daran erinnern, dass du bisher mit Männern nicht gerade besonders viel Glück gehabt hast? Nicht mit den Männern in meiner Familie jedenfalls. Sie saß jetzt kerzengerade, das Gesicht angespannt und bleich vor Zorn. Und was weißt du überhaupt von meinem Glück? Wir haben doch in den letzten zehn Jahren kaum gesprochen. Jetzt reden wir ja! brüllte West und schleuderte das zusammengeknüllte Stück Papier durchs Zimmer. Hast du mal darüber nachgedacht, wie das hier ausgehen könnte? Was, wenn du ihn tatsächlich bekommen würdest? Hast du darüber schon einmal nachgedacht? Was meinst du, wie entzückt wäre denn wohl seine Familie von der errötenden Braut? Bestenfalls reden sie nur nicht mit dir. Schlimmstenfalls brechen sie den Kontakt zu euch beiden ab. Er zeigte mit einem zitternden Finger auf die Tür. Ist dir denn gar nicht aufgefallen, dass er ein eitles, arrogantes Schwein ist? So sind sie alle! Wie käme er wohl zurecht ohne seine Apparnage, ohne seine Freunde auf den einflussreichen Posten? Der wüsste gar nicht, was er anfangen sollte. Wie könntet ihr da glücklich miteinander sein? Sein Kopf war fast schon in zwei Hälften gespalten, aber er hatte sich in Rage geredet. Und was passiert, wenn? Und das ist noch viel wahrscheinlicher. Du ihn nicht bekommst. Was dann? Du wärst erledigt. Hast du schon einmal daran gedacht? Es wäre schon fast einmal soweit gewesen. Und dabei haben dich immer alle für die Klügere gehalten. Du machst dich zum Gespött der Leute! Beinahe erstickte er in seiner Wut. Uns beide! Ardi stieß scharf die Luft aus. Jetzt kommt es heraus! schrie sie ihn beinahe an. Niemand kümmert sich auch nur ein Scheißdreck um mich. Aber wenn dein guter Ruf auf dem Spiel steht! Du dämliche Schlampe! Der Dekanter flog in weitem Bogen durch den Raum. Er knallte nicht weit von Ardis Kopf an die Wand, sodass Glassplitter in alle Richtungen flogen und weinend den Putz hinunterlief. Das machte West nur noch wütender. Wieso hörst du verdammt noch mal nicht zu? Im Bruchteil eines Augenblicks war er durchs Zimmer geeilt. Ardi sah überrascht aus, aber nur kurz. Dann gab es ein kurzes Klack. Seine Faust traf sie im Gesicht, als sie aufstehen wollte. Sie stürzte nicht weit. Seine Hände fingen sie auf, bevor sie zu Boden fiel, rissen sie hoch und schleuderten sie dann wieder gegen die Wand. »Wir beide wären erledigt!« Ihr Kopf stieß gegen die Wand, einmal, zweimal, dreimal. Eine Hand griff nach ihrem Hals, Zähne gebleckt, sein Körper gegen ihren. Aus ihrer Kehle entwich ein kleines Keuchen, als die Finger zuzudrücken begann. »Du selbstsüchtige, nutzlose, verdammte Hure!« Das Haar hing ihr ins Gesicht. Er konnte nur einen kleinen Streifen ihrer Haut sehen, einen Mundwinkel, ein dunkles Auge. Das Auge starrte ihn an, ohne Schmerz, ohne Angst. Leer, flach, wie ein Leichnam. Drücken, keuchen, drücken, drücken! Mit einem Übelkeit erregenden Ruck kam West wieder zu Verstand. Die Finger lösten sich, er riß seine Hand weg. Seine Schwester blieb aufgerichtet an der Wand stehen. Er konnte sie atmen hören. Kurze Stöße. Oder war er das? Sein Kopf platzte beinahe. Das Auge starrte ihn noch immer an. Er musste sich das eingebildet haben. Ging gar nicht anders. Jeden Augenblick würde er aufwachen, und der Albtraum wäre vorbei. Ein Albtraum! Dann schob sie sich das Haar aus dem Gesicht. Ihre Haut war wechseln, teigig-blass. Das Blut, das aus ihrer Nase sickerte, sah dagegen beinahe schwarz aus. Die rosafarbenen Druckstellen waren leuchtend auf ihrem Hals zu sehen. Die Spuren, die seine Finger hinterlassen hatten. Seine Finger! Es war also wahr. West drehte sich der Magen um. Er öffnete den Mund, aber es war kein Laut zu hören. Wieder sah er das Blut auf ihrer Lippe an, und er hätte sich am liebsten übergeben. Herr Ardi! Der Ekel vor sich selbst war so stark, dass ihm beinahe wirklich übel wurde, als er ihren Namen aussprach. Er spürte die Galle in seiner Kehle brennen, aber seine Stimme hörte nicht auf, weiter zu faseln. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ist alles in Ordnung? Mir ist es schon schlechter gegangen. Langsam bewegte sie die Hand und berührte mit der Fingerspitze ihre Lippe. Das Blut verschmierte sich über ihren Mund. »Ardi!« Eine Hand streckte sich ihr entgegen, dann zuckte sie zurück, vor Angst, sie könnte wieder etwas Falsches tun. »Es tut mir leid. Ihm tat es immer leid. Weißt du nicht mehr? Hinterher hielt er uns immer im Arm und weinte. Dann tat es ihm leid. Aber es hat ihn nie daran gehindert, es wiederzutun. Hast du das vergessen?« West wirkte, schluckte die Galle mühsam hinunter. »Wenn sie geweint, getobt und ihn mit Fäusten attackiert hätte, wäre es für ihn leichter gewesen. Alles, nur nicht das hier. Er hatte versucht, nie wieder daran zu denken, aber er hat es nicht vergessen.« »Nein«, flüsterte er, »ich weiß es noch.« »Glaubst du, dass es aufhörte, als du gingst? Er wurde nur noch gemeiner. Damals habe ich mich allein irgendwo versteckt. Dann träumte ich davon, dass du wiederkommen würdest, dass du wieder kämpfst und mich rettetest. Aber wenn du kamst, dann immer nur für kurze Zeit, und es war nicht mehr so zwischen uns wie früher, und du hast nichts getan.« »Ali, ich wusste ja nicht.« »Du hast es gewusst, aber du konntest fliehen. Es war leichter, nichts zu tun, sich etwas vorzumachen. Ich verstehe das. Und weißt du was? Ich mache dir nicht einmal einen Vorwurf. Es war gewissermaßen auch eine Erleichterung, damals, dass du es geschafft hattest, zu fliehen. Der Tag, an dem er starb, war der glücklichste in meinem Leben. Er war unser Vater. Oh ja, mein Pech, mein Pech mit Männern. Am Grab habe ich wie eine trauernde Tochter geweint, geweint und geweint, bis die anderen Trauergäste um meinen Verstand fürchteten. Dann lag ich wach im Bett, bis alle anderen schliefen. Ich schlich mich aus dem Haus, ging wieder zum Grab, stand da eine Weile da und habe ihn untergesehen. Und dann habe ich verdammt noch mal darauf gepisst. Ich zog mein Hemd hoch, hockte mich hin und habe auf ihn gepisst. Und die ganze Zeit dachte ich immer nur, ich werde mich nie wieder so quälen lassen. Sie wischte sich das Blut von ihrer Nase auf den Handrücken. Du hättest sehen sollen, wie glücklich ich war, als du nach mir geschickt hast. Wieder und wieder habe ich diesen Brief gelesen. Meine lächerlichen kleinen Träume erwachten alle wieder zum Leben. Hoffnung, was? Nichts als ein verdammter Fluch. Mit meinem Bruder leben, meinem Beschützer. Er wird sich um mich kümmern, wird mir helfen. Jetzt kann ich vielleicht einmal ein richtiges Leben haben. Aber ich stellte fest, dass du anders warst, als ich dich in Erinnerung hatte. Ganz erwachsen. Erst hast du mich ignoriert, mir dann einen Vortrag erhalten, mich dann geschlagen und jetzt tut es dir leid. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters. Er stöhnte. Es war, als ob sie ihn mit einer Nadel stach, mitten in den Schädel. Weniger stark jedoch, als er es verdiente. Sie hatte recht. Er hatte sie im Stich gelassen. Schon viel früher. Während er mit seinem Degen gespielt hatte und anderen in den Arsch gekrochen war, hatte sie gelitten. Es hätte nur ein wenig Anstrengung gekostet, aber er konnte sich dem nie stellen. Jede Minute, die er mit ihr verbrachte, fühlte er die Schuld wie einen Stein in seinen Eingeweiden, der ihn nach unten zog. Unerträglich. Sie ging von der Wand weg. Vielleicht ziehe ich jetzt los und statte Jezal einen Besuch ab. Er ist vielleicht der oberflächlichste Idiot in der ganzen Stadt, aber ich denke, er würde nie die Hand gegen mich erheben. Oder was meinst du? Sie schob ihn aus dem Weg und ging zur Tür. Ardi! Er hielt sie am Arm fest. Bitte, Ardi! Es tut mir leid! Sie streckte die Zunge aus, rollte die Ränder nach oben und spuckte durch den kleinen Tunnel Blut. Es traf ihn weich vorn auf seiner Uniform. Das ist fürs Leid tun, du Arschloch! Damit knallte sie ihm die Tür vor der Nase zu. Viele Götter. Ferro sah den großen rosig mit zusammengekniffenen Augen an, und er starrte zurück. So ging es nun schon eine ganze Weile. Nicht die ganze Zeit zwar, aber doch die meiste. Anstarren! Sie waren alle hässlich, diese weichen, weißen Geschöpfe, aber dieses hier war etwas Besonderes. Hässlich! Sie wusste, dass sie Narben hatte und wettergegerbte Haut von Sonne und Wind, die durch die Jahre in der Wildnis zusätzlich gelitten hatte, aber die blasse Haut von dem da sah aus, als sei sie ein Schild, der des Öfteren in der Schlacht eingesetzt worden war. Zerschlagen! Zerfurcht! Zerrissen! Zerbeult! Es war beinahe überraschend zu sehen, dass die Augen in einem so mitgenommenen Gesicht noch lebendig waren, aber das waren sie. Und sie beobachteten Ferro. Sie war zu dem Schluss gekommen, dass er gefährlich war, nicht nur groß, sondern stark. Brutal stark, vielleicht zweimal so schwer wie sie, und sein breiter Hals bestand nur aus Sehnen. Sie konnte die Kraft fühlen, die von ihm ausging. Es hätte sie nicht überrascht, wenn er sie mit einer Hand hätte hochhalten können, aber das bereitete ihr nicht allzu viele Sorgen. Er hätte sie dazu erst einmal erwischen müssen. Größe und Kraft machen einen Mann oft langsam. Langsam und gefährlich, das geht nicht zusammen. Narben machten ihr ebenfalls keine Angst, sie bedeuteten nur, dass er in viele Kämpfe verwickelt gewesen war, sagten aber nichts darüber aus, dass er sie auch gewonnen hatte. Nein, es lag eher an anderen Dingen. Die Art, wie er saß, ruhig, aber nicht völlig entspannt, allzeit bereit, geduldig, die Art, wie seine Augen hin und her glitten, schlau, vorsichtig, erst zu ihr, dann über alles andere in diesem Zimmer, dann wieder zurück zu ihr. Dunkle Augen, beobachtend, nachdenklich, abschätzend. Dicke Adern auf seinen Handrücken, aber lange Finger, kluge Finger, mit Dreckrändern unter den Nägeln. Ein Finger fehlte, ein weißer Stummel. Ihr gefiel das alles überhaupt nicht, roch nach Gefahr, dem da würde sie nicht gern unbewaffnet gegenübertreten. Aber sie hatte ihr Messer dem Rosig auf der Brücke gegeben. Dabei war sie kurz davor gewesen, ihn abzustechen, hatte sich aber in letzter Minute anders entschieden. Etwas in seinen Augen hatte sie an Aruf erinnert, bevor die Gurkisen seinen Kopf auf einen Speer gespießt hatten. Traurig und gleichmütig, als ob er sie verstand, als ob sie ein Mensch war und kein Ding. Im letzten Augenblick hatte sie sich überwunden und die Klinge weggegeben, hatte zugelassen, dass man sie hierher führte. Wie blöd. Sie bereute das jetzt bitterlich, aber sie würde auf jede andere Art kämpfen, die ihr blieb, wenn sie musste. Die meisten Menschen erkennen nicht, dass die Welt voller Waffen ist. Dinge, die man werfen oder die man auf seine Feinde schleudern kann. Dinge, die man zerbrechen oder Dinge, die man als Keulen verwenden kann. Gedrehte Tuchstücke, mit denen man andere erwürgen kann. Erde, die man seinen Feinden ins Gesicht werfen kann. Und wenn alles nichts nützte, würde sie ihm die Kehle aus dem Hals beißen. Sie zog ihre Lippen zurück und zeigte ihm ihre Zähne, um zu beweisen, dass sie das konnte, aber er achtete nicht darauf. Saß bloß da, sah ihr zu. Still, ruhig, hässlich und gefährlich. »Scheiß Rosigs«, zischte sie leise. Der Dünne hingegen schien überhaupt nicht gefährlich zu sein. Kränklich und mit langem Haar wie eine Frau. Ungelenk und verlegen fuhr er sich dauernd mit der Zunge über die Lippen. Hin und wieder warf er ihr einen verstohlenen Blick zu, sah dann aber sofort weg, wenn sie finster zurückschaute, schluckte, und die klumpige Ausbuchtung an seinem Hals zuckte dann rauf und runter, erschien verängstigt, keine Bedrohung, aber Ferro behielt auch ihn im Augenwinkel, während sie den großen Kerl ansah. Besser, ihn nicht völlig außer Acht zu lassen. Das Leben hatte ihr beigebracht, stets auf Überraschungen gefasst zu sein. Damit war nur noch der Alte übrig. Sie traute niemandem von diesen Rosigs, aber dem hier am allerwenigsten. Viele tiefe Furchen in seinem Gesicht, um die Augen, um die Nase, grausame Furchen, harte, schwere Knochen unter seinen Wangen, große, breite Hände, weiße Härchen auf den Handrücken. Wenn sie einen der drei würde töten müssen, würde sie, so gefährlich der große auch aussah, als erstes den Kahlkopf angreifen. Er hatte den Blick eines Sklavenhändlers, wie er sie musterte, von oben bis unten. Ein kalter Blick, der abschätzte, was sie wert war. Arschloch! Bayaz hatte Yulwei ihn genannt, und die beiden schienen sich gut zu kennen. »Nun, Bruder«, sagte der Kale rosig auf Kantesisch, obwohl klar war, dass die beiden nicht verwandt waren, »wie steht es im großen Imperium von Gurkul?« Yulwei seufzte. »Nur ein Jahr ist es her, seit er die Krone an sich riss, aber Uthman hat die letzten Rebellen besiegt und die Stadthalter an die kurze Leine gelegt. Schon jetzt fürchtet man den jungen Imperator mehr als je seinen Vater. Uthman Uldosht nennen ihn seine Soldaten, und sie sagen es mit Stolz. Beinahe ganz Kanta ist in seiner Hand, er herrscht über alle Länder am südlichen Meer. Abgesehen von Dagoska. Das stimmt, aber er hat bereits ein Auge darauf geworfen. Seine Armeen ziehen sich um die Halbinsel zusammen, und seine Spione sind hinter Dagoskas großen Mauern höchst aktiv. Nun, da im Norden Krieg herrscht, wird es nicht mehr lange dauern, bis er den Zeitpunkt für gekommen hält, die Stadt zu belagern, und wenn das geschieht, glaube ich nicht, dass sie ihm lange Widerstand bieten kann.« »Bist du sicher?« Die Union beherrscht immer noch die Meere. Besorgnis zog über Yulweys Gesicht. »Wir haben Schiffe gesehen, Bruder, viele große Schiffe. Die Gorkisen haben eine Flotte gebaut, eine sehr mächtige, im Geheimen. Sie müssen schon vor Jahren, während des letzten Krieges, damit begonnen haben. Ich fürchte, die Union wird die Meere nur noch für kurze Zeit beherrschen.« Eine Flotte? Ich hatte gehofft, es blieben noch ein paar weitere Jahre für Vorbereitung. Der kahle Rosig klang grimmig. »Die Umsetzung meiner Pläne wird damit nur um so dringender.« Das ganze Geschwätz langweilte sie. Sie war es gewohnt, immer in Bewegung zu sein, stets einen Schritt voraus zu sein. Sie hasste es, stillzustehen. Wer zu lange an einem Ort bleibt, den entdecken die Gorkisen. Sie legte keinen Wert darauf, hier zu sitzen, wie ein Ausstellungsstück, das diese komischen Rosigs anstarren konnten. Daher wanderte sie durch den Raum, während die beiden alten Männer endlos weiter viele Worte machten, blickte finster in die Runde und saugte an ihren Zähnen. Sie schwenkte die Arme hin und her. Sie trat gegen die abgeschabten Dielenbretter. Sie piekte gegen die Wandbehänge, sah dahinter, ließ die Finger über die Kanten der Möbel gleiten, schnalzte mit der Zunge und schlug die Zähne aufeinander, machte alle anderen nervös. Sie kam an dem großen, hässlichen Rosig in dem Sessel vorbei, fast nahe genug, um seine vernarbte Haut mit den fuchtelnden Händen zu berühren, nur um ihm zu zeigen, dass sie sich von seiner Größe, seinen Narben oder sonst was nicht beeindrucken ließ. Dann spazierte sie zu dem Nervösen hinüber, dem Dürren Rosig mit den langen Haaren. Er schluckte, als sie sich näherte. »Psssssss«, zischte sie hinan. Er murmelte etwas und schlurfte davon, und sie trat an das offene Fenster, wo er zuvor gestanden hatte. Dann sah sie hinaus und wandte dem Zimmer dabei den Rücken zu. Nur, um den Rosigs zu zeigen, dass sie ihr scheißegal waren. Draußen vor dem Fenster lagen Gärten, Bäume, Pflanzen, große, sorgsam angelegte Rasenflächen. Grüppchen von dicken, schwitzenden, blassen Männern und Frauen ahlten sich in der Sonne auf dem gepflegt geschnittenen Gras und stopften sich mit Essen voll, kippten Getränke in sich hinein. Sie sah verächtlich auf sie hinunter, fette, hässliche, faule Rosigs, ohne Gott, gefräßig und faul, Gärten, fauchte sie abfällig. In Uthmans Palast hatte es Gärten gegeben, sie hatte immer auf sie hinuntergesehen, aus dem winzigen Fenster ihres Zimmers, ihrer Zelle, lange bevor er Uthman-Uldoscht wurde. Als er nur der jüngste Sohn des Imperators gewesen war und sie zu seinen vielen Sklaven zählte. Seine Gefangene war. Ferro beugte sich vor und spuckte aus dem Fenster. Sie hasste Gärten, sie hasste Städte an sich, Orte der Sklaverei, Angst, Abwertung, ihre Mauern waren Gefängnismauern. Je schneller sie diesen verfluchten Ort wieder würde verlassen können, desto glücklicher würde sie sein, oder zumindest weniger unglücklich. Sie wandte sich vom Fenster ab und zog wieder ein grimmiges Gesicht. Sie alle starrten sie an. Der Alte, der Bayaz hieß, sprach als erster. »Da hast du wirklich etwas sehr Bemerkenswertes entdeckt, Bruder.« »Sie würde man auch in einer großen Menschenmenge sicher nicht übersehen, oder? Bist du sicher, dass sie das ist, wonach ich suche?« Yul Vey sah sie einen Augenblick an. »So sicher, wie ich da sein kann.« »Ich stehe direkt hier«, knurrte sie, aber der kahle Rosig redete weiter, als ob er sie gar nicht hörte. »Spürt sie Schmerz?« »Nur sehr wenig. Unterwegs hat sie mit einem Verzehrer gekämpft.« »Tatsächlich«, Bayaz kicherte in sich hinein. »Wie schwer hat er sie verletzt?« »Es war ziemlich schlimm. Aber nach zwei Tagen konnte sie wieder laufen, und nach einer Woche waren die Wunden verheilt. Sie hat keinen Kratzer davon zurückbehalten. Das ist nicht normal.« »Wir haben beide zu unserer Zeit eine Menge Dinge gesehen, die nicht normal sind. Wir müssen sicher gehen.« Der Kahlkopf griff in seine Tasche. Ferro beobachtete misstrauisch, wie er seine Faust wieder hervorzog und sie auf den Tisch legte. Als er sie wegnahm, lagen zwei glatte, polierte Steine auf der Holzplatte. Der kahle Mann beugte sich vor. »Sag mir, Ferro, welcher davon ist der blaue Stein?« Sie sah erst ihn an, mit brennendem Blick, dann die Steine. Es gab keinen Unterschied zwischen ihnen. Alle hatten nun die Augen auf sie gerichtet, noch mehr als zuvor, und sie biss die Zähne zusammen. »Der da!« Sie deutete auf den Stein links. Bayas lächelte. »Genau die Antwort, auf die ich gehofft habe.« Ferro zuckte die Achseln. »Glückhaft«, dachte sie, dass sie auf den Richtigen getippt hatte. Dann fiel ihr der Gesichtsausdruck des großen Rosigs auf. Er sah die beiden Steine an, als ob er etwas nicht begriff. »Sie sind beide rot«, sagte Bayas. »Du siehst überhaupt keine Farben, oder?« »Ferro?« Hatte der kahle Rosig sie also hereingelegt? Sie war sich nicht sicher, wie er das mit den Farben hatte wissen können, aber es gefiel ihr nicht. »Niemand legt Ferro mal Gin herein.« Sie fing an zu lachen. Ein raues, hässliches, ungeübtes Gurgeln. Dann sprang sie über den Tisch. Gerade erst malte sich Erstaunen auf dem Gesicht des alten Rosigs ab, als ihre Faust auch schon auf seine Nase krachte. Er stieß sein Grunzen aus, dann kippte seinen Stuhl nach hinten, und er schlug auf den Boden. Sie kämpfte sich über den Tisch, um ihn zu erwischen, aber Yulwei packte sie am Bein und zerrte sie zurück. Ihre Hände verfehlten den Hals des kahlen Drecksacks nur knapp und rissen stattdessen den Tisch um, sodass die beiden Steine über die Fliesen kullerten. Sie befreite ihr Bein aus Yulways Griff und setzte dem alten Rosig nach, der sich gerade aufrappelte. Aber Yulwei bekam sie am Arm zu fassen und hielt sie wieder fest, während er immer wieder – Frieden! – brüllte. Zum Dank bekam er dabei ihren Ellbogen ins Gesicht und taumelte gegen die Wand, während sie auf ihm landete. Aber schon war sie wieder auf den Füßen und setzte dazu an, den kahlen Drecksack aufs Neue anzugreifen. Inzwischen war allerdings auch der große Kerl aufgestanden und kam auf sie zu, beobachtete sie aber zunächst nur. Ferro lächelte ihn an, die Hände zu Fäusten geballt, gleich würde sie wissen, wie gefährlich er tatsächlich war. Er machte einen weiteren Schritt auf sie zu. Dann hob Bayaz den Arm und hielt ihn zurück. Die andere Hand hatte er gegen seine Nase gepresst, um den Blutfluss zum Versiegen zu bringen. Er lachte leise. »Sehr gut«, sagte er dann und hustete. »Sehr wild und auch verdammt schnell. Zweifelsohne bist du genau das, wonach wir suchen. Ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an, Ferro.« »Wofür?« »Für meine schrecklichen Manieren«, erwischte sich das Blut von der Unterlippe. »Ich hatte das wirklich verdient. Aber ich musste sicher gehen. Es tut mir leid. Bin ich entschuldigt?« Er sah jetzt irgendwie anders aus, obwohl sich nichts verändert hatte. Freundlich, rücksichtsvoll, ehrlich, als ob es ihm wirklich leid täte. Aber es brauchte wesentlich mehr, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Viel mehr. »Wenn wir noch sehen«, zischte sie. »Das ist alles, worum ich dich bitte. Und darum, dass du mir und Yulwei einen Augenblick gestattest, einige ... Angelegenheiten zu klären. Angelegenheiten, die am besten unter vier Augen besprochen werden.« »Das ist in Ordnung, Ferro«, sagte Yulwei. »Sie sind Freunde.« Sie war sich verdammt sicher, dass diese Kerle nicht ihre Freunde waren, aber sie ließ es zu, dass er sie hinter den beiden Rosigs aus dem Zimmer schob. »Versuch aber bitte, sie nicht umzubringen.« Dieser Raum war ganz ähnlich wie der andere. Sie mussten ziemlich reich sein, diese Rosigs, auch wenn sie nicht so aussahen. Riesengroßer Kamin aus einem dunklen, geäderten Stein gebaut, Kissen, weiches Tuch rund um die Fenster, bedeckt mit Blumen und Vögeln in winzig kleinen Stichen. Hier hing auch das Gemälde eines streng dreinblickenden Mannes mit einer Krone auf dem Kopf, der grimmig auf Ferro hinuntersah. Sie sah ebenso grimmig zurück. Luxus. Ferro hasste Luxus sogar noch mehr als Gärten. Luxus bedeutete Gefangenschaft, mehr noch sogar als die Gitter eines Käfigs. Weich gepolsterte Möbel verrieten mehr Gefahr als Waffen. Harter Boden und kaltes Wasser, das war alles, was sie brauchte. Weiche Dinge machen dich weich, und das wollte sie auf keinen Fall zulassen. Da war noch ein anderer Mann, der hier mit ihnen wartete, der mit den Händen hinter dem Rücken immer wieder im Kreis ging, als ob er es nicht mochte, zu lange stillstehen zu bleiben. Kein richtiger Rosig, seine lederartige Haut lag in ihrem Farbton irgendwo zwischen dem der Rosigs und ihrem. Sein Kopf war rasiert wie bei einem Priester. Ferro gefiel das nicht. Priester hasste sie am meisten von allen. Seine Augen leuchteten jedoch auf, als er sie entdeckte, obwohl sie ihn so böse ansah, und er eilte zu ihr hinüber. Ein komischer kleiner Mann, in von der Reise abgeschabter Kleidung, dessen Glatze gerade an Ferros Mund heranreichte. »Ich bin Bruder Langfuß!« Seine Hände fuchtelten wild herum. »Vom großen Orden der Wegkundigen!« »Schön für dich!« Ferro wandte ihm ihre Schulter zu und gab sich alle Mühe, ein Wort dessen zu erlauschen, was die beiden Alten hinter der Tür besprachen, aber Langfuß ließ sich nicht abschütteln. »Und wie schön! Ja, ja, das ist es ganz bestimmt! Gott hat mich wirklich gesegnet! Ich bin sicher, dass niemand in der ganzen Geschichte der Menschheit je so gut für seinen Beruf geeignet war wie ich, Bruder Langfuß, für die ehrenvolle Wissenschaft der Wegkunde. Von den schneebedeckten Bergen im fernen Norden zu den sonnenüberfluteten Sandflächen des äußersten Südens! Die ganze Welt ist mein Zuhause! Wahrlich!« Er lächelte sie voll Übelkeit erregender Selbstzufriedenheit an. Ferro ignorierte ihn. Die zwei Rosigs, der Große und der Ausgemergelte, redeten auf der anderen Seite des Zimmers miteinander. Sie unterhielten sich in einer Sprache, die sie nicht verstand. Klang wie Schweinegronzen. Vielleicht redeten sie über sie, aber das war ihr gleich. Sie gingen zu einer anderen Tür hinaus und ließen sie mit dem Priester allein, der noch immer mit den Lippen wackelte. »Es gibt wenige Nationen innerhalb des Weltenrunds, denen ich, Bruder Langfuß, ein Fremder bin, aber dennoch kann ich nicht bestimmen, wo eure Wurzeln liegen.« Er hielt erwartungsvoll inne, aber Ferro sagte nichts. »Ah, ihr hättet lieber, dass ich rate?« »Und tatsächlich, es ist ja ein Rätsel! Lasst mich überlegen!« »Eure Augen haben dieselbe Form wie die der Menschen im weit entfernten Suljuk, wo die schwarzen Berge steil von der schimmernden See aufragen. Ja, das tun sie, und dennoch ist eure Haut...« »Hör auf zu quatschen, du Wichser!« Der Mann brach mitten im Satz ab, hüstelte und entfernte sich hastig, sodass Ferro sich nun den Stimmen hinter der Tür widmen konnte. Sie lächelte in sich hinein. Das Holz war dick und dämpfte die Worte sehr, aber die beiden Alten hatten nicht mit der Schärfe ihrer Ohren gerechnet. Sie sprachen immer noch kantesisch. Jetzt, da dieser idiotische Wegkundige die Klappe hielt, konnte sie jedes Wort verstehen, das Yul Vey sagte. »Kalul bricht das zweite Gebot, und deswegen darfst du das erste brechen? Das gefällt mir nicht, Bayaz! Juvens hätte das nie gestattet!« Ferro runzelte die Stirn. Es schwang ein seltsamer Ton in Yul Veyes Stimme mit. »Angst!« Das zweite Gebot, davon hatte er zu den Verzehrern gesprochen, wie Ferro sich erinnerte, »es ist verboten, das Fleisch von Menschen zu verzehren.« Als nächstes sprach der Kalor sich, »das erste Gebot ist ein Widerspruch in sich, alle Magie kommt von der anderen Seite, selbst unsere. Sobald du irgendetwas änderst, berührst du die Unterwelt. Sobald du etwas erschaffst, borgst du dir von der anderen Seite, und all das hat seinen Preis.« »Aber dieser Preis ist vielleicht zu hoch. Es ist etwas Verfluchtes, dieser Samen, eine verfluchte Sache. Nichts als Chaos erwächst daraus. Die Söhne des Ois waren so gewaltig in ihrer Weisheit und ihrer Macht, und dieser Samen führte zu ihrem Niedergang, für sie alle, auf verschiedene Weise. Bist du weiser als Juvens Bayaz? Bist du durchtriebener als Kanedias? Bist du stärker als Guldstrott?« »Nein, nichts davon, Bruder. Aber sag mir, wie viele Verzehrer hat Kalul geschaffen?« »Eine lange Pause.« »Ich weiß es nicht genau.« »Wie viele?« »Wieder eine Pause.« »Vielleicht zweihundert, vielleicht mehr. Die Priesterschaft durchkämmt den ganzen Süden nach Männern und Frauen, die geeignet erscheinen. Schneller und schneller erschafft er sie jetzt, aber die meisten sind jung und schwach. Zweihundert oder mehr, und ihre Zahl wächst ständig. Viele sind vielleicht schwach, aber es sind welche unter ihnen, die dir oder mir vielleicht entgegentreten können. Jene, die in der alten Zeit Kaluls Schüler waren, der eine, den sie den Ostwind nennen, und die verdammten verfluchten Zwillinge. Verdammt seien diese dreckigen Weiber!« Yulwei stöhnte. »Gar nicht zu reden von Mamun, mit dessen Lügen dieses Chaos begann.« »Die Wurzel all dieser Übel liegt in einer Zeit, als er noch nicht geboren war, das weißt du, Bayaz. Aber dennoch, Mamun war in den Wüsten landen. Ich fühlte, dass er in der Nähe war. Er ist furchtbar stark geworden.« »Du weißt, dass ich recht habe. Unsere Zahl dagegen wächst in der Zwischenzeit kaum.« »Ich dachte, dieser Kuai sei recht vielversprechend.« »Ach, wir brauchten Hunderte wie ihn und zwanzig Jahre, um sie auszubilden. Dann hätten wir vielleicht gleiche Bedingungen.« »Nein, Bruder, nein. Wir müssen Feuer gegen Feuer einsetzen.« »Selbst wenn das Feuer dich und die ganze Schöpfung zur Asche verbrennt, lass mich nach Sarkand gehen. Kalul kommt vielleicht zur Vernunft.« »Er hat die halbe Welt versklavt. Wann wachst du endlich auf, Yulwei? Wenn er auch den Rest beherrscht?« »Ich kann es mir nicht leisten, dich zu verlieren, Bruder. Vergiss nicht, Bayaz, es gibt Schlimmere als Kalul, viel Schlimmere.« Seine Stimme wurde zu einem Flüstern, und Ferro musste sich alle Mühe geben, um etwas zu verstehen. Die Geheimnisverräter hören stets zu. »Ach, genug, Yulwei. Es ist besser, nicht einmal daran zu denken.« Ferro runzelte die Stirn. »Was war das für ein Unsinn? Geheimnisverräter? Was für Geheimnisse?« »Besinne dich darauf, was Juvens dir sagte, Bayaz. Hüte dich vor Stolz. Du hast die hohe Kunst angewandt. Ich weiß es. Ich sehe einen Schatten auf dir.« »Ach, zum Teufel mit deinen Schatten. Ich tat, was ich tun musste. Vergiss nicht, was Juvens dir sagte, Yulwei. Man kann nicht auf ewig zusehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, und ich werde nicht länger nur als Beobachter dabei stehen. Ich bin der Erste. Es ist meine Entscheidung.« »Bin ich dir nicht stets gefolgt, wohin du mich führtest? Immer? Selbst dann, wenn mein Gewissen dagegen sprach? Und habe ich dich je falsch geführt?« »Das bleibt abzuwarten. Du bist der Erste, Bayaz. Aber du bist nicht Juvens. Es ist meine Aufgabe, deine Entscheidungen in Frage zu stellen. Meine und auch die von Zacharus. Ihm wird das noch weniger gefallen als mir, viel weniger.« »Es muss getan werden. Aber andere werden den Preis bezahlen, so wie immer. Dieser Nordmann, Neunfinger, kann mit den Geistern reden.« »Ja«, Ferro verzog das Gesicht. Der Neunfingerige Rosig sah so aus, als ob er kaum mit anderen Menschen reden könnte. »Und wenn du den Samen findest«, ertönte Yulweys Stimme hinter der Tür, »dann soll Ferro ihn tragen?« »Sie hat das rechte Blut, und irgendjemand muss es tun. Dann sei vorsichtig, Bayaz. Ich kenne dich, vergiss das nicht. Wenige kennen dich besser als ich. Gib mir dein Wort, dass du auf sie Acht geben wirst, auch nachdem sie dir nützlich war.« »Ich werde besser auf sie Acht geben als auf meine eigene Tochter. Achte besser auf sie als auf die Tochter des Schöpfers, dann werde ich zufrieden sein.« Langes Schweigen. Ferro malte ihre Kiefer gegeneinander, während sie über das Gehörte nachdachte. Juvens, Kanedias, Zacharus. Diese seltsamen Namen bedeuteten ihr nichts. Und was war das für ein Samen, der die ganze Schöpfung zu Asche verbrennen konnte? Sie wollte mit so etwas nichts zu tun haben. Dessen war sie sich sicher. Ihr Platz war im Süden, wo sie die Gurkisen mit Waffen angreifen konnte, die sie verstand. Die Tür öffnete sich, und die beiden alten Männer traten ein. Sie hätten unterschiedlicher nicht sein können. Der eine dunkelhäutig, hochgewachsen, knochig und mit langem Haar, der andere weißhäutig, untersetzt und kahl. Sie sah sie misstrauisch an. Es war der Weiße, der zuerst sprach. »Ferro, ich habe dir ein Angebot zu.« »Ich gehe nicht mit dir, närrischer Rosig.« Ganz kurz zog ein Schatten der Verärgerung über das Gesicht des Karl Kopfs, aber er hatte sich schnell wieder im Griff. »Wieso nicht? Was sonst hast du zu tun, was keinen Aufschub duldet?« Darüber musste sie keine Sekunde nachdenken. »Rache! Ihr Lieblingswort.« »Ah, ich verstehe. Du hasst die Gurkisen.« »Ja.« »Sie schulden dir noch etwas für das, was sie dir angetan haben?« »Ja.« »Dafür, dass sie deine Familie, dein Volk, dein Land geraubt haben?« »Ja.« »Dafür, dass sie dich versklavt haben?«, flüsterte er. Sie starrte ihn mit aufgerissenen Augen an und fragte sich, woher er so viel über sie wusste, und ob sie nicht noch einmal über ihn herfallen sollte. »Sie haben dich beraubt, Ferro.« »Sie haben dir alles weggenommen. Sie haben dir dein Leben gestohlen. Wenn ich an deiner Stelle wäre, wenn ich gelitten hätte, so wie du, dann gäbe es nicht genug Blut im ganzen Süden, um mich zufriedenzustellen. Ich würde jeden gurkisischen Soldaten tot sehen wollen, bevor ich Ruhe fände. Ich würde jede gurkisische Stadt brennen sehen wollen, bevor ich Ruhe fände. Ich würde ihren Imperator vor seinem eigenen Palast in einem Käfig verrotten sehen wollen, bevor ich Ruhe fände.« »Ja«, fauchte sie, mit einem wilden Lächeln auf ihrem Gesicht. Jetzt sprach er ihre Sprache. Yulwei hatte niemals so gesprochen. Vielleicht war dieser alte Rosig doch gar nicht so übel. »Du verstehst mich. Deswegen muss ich zurück in den Süden.« »Nein, Ferro.« Jetzt war es der Kahlkopf, der grinste. »Du verstehst noch nicht, welche Möglichkeit ich dir biete.« »Der Imperator ist es im Grunde nicht, der in Kanta herrscht. So mächtig er auch scheint, so tanzt er doch nach der Pfeife eines anderen, der stets im Hintergrund bleibt.« »Kahlul«, nennt man ihn. »Der Prophet«, Bayaz nickte. »Wenn du einen Schnitt abbekommst, hast du dann das Messer oder den, der es schwingt? Der Imperator, die Gurkisen, sie sind nur Kaluls Werkzeuge, Ferro. Die Herrscher kommen und gehen, aber der Prophet ist stets da, hinter ihnen, flüsternd, drängend, befehlend. Er ist es, der dir all das angetan hat.« »Kahlul«, ja, die Verzehrer hatten diesen Namen genannt. »Kahlul«, der Prophet. Der Palast des Imperators wimmelte vor Priestern, das wusste jeder. Die Paläste der Stadthalter auch. Priester. Sie waren überall. Sie schwärmten aus wie Insekten. In den Städten, den Dörfern, unter den Soldaten, überall verbreiteten sie ihre Lügen, flüsternd, drängend, befehlend. Jules Vey war seinem Gesicht nach nicht zufrieden mit der Wendung der Dinge, aber Ferro wusste, dass der alte Roh sich recht hatte. »Ja, das verstehe ich. Hilf mir, und ich verhelfe dir zu deiner Rache, Ferro. Echter Rache. Nicht ein toter Soldat oder zehn, sondern Tausende, Zehntausende. Vielleicht der Imperator selbst, wer weiß.« Er zuckte die Achseln und wandte sich halb von ihr ab. »Dennoch, ich kann dich nicht zwingen. Geh zurück in die Wüstenlande, wenn du willst. Versteck dich, flieh, und grab dich wie eine Ratte in den Sand, wenn dich das glücklich macht. Wenn das deine ganze Rache ist.« »Die Verzehrer wollen dich jetzt haben, Kaluls Kinder. Ohne uns werden sie dich erwischen, eher früher als später. Dennoch, die Entscheidung liegt bei dir.« Ferro runzelte die Stirn. All die Jahre in der Wildnis, in denen sie mit Klauen und Zähnen gekämpft hatte, immer auf der Flucht, hatten ihr nichts gebracht. Keine Rache, die dieses Wort wirklich verdient hätte. Wenn Jules Vey nicht gewesen wäre, wäre sie schon längst erledigt. Weiße Knochen in der Wüste, Fleisch in den Mägen der Verzehrer. Im Käfig vor dem Palast des Imperators. Verfaulend. Sie konnte nicht Nein sagen, und das wusste sie. Aber es gefiel ihr nicht. Dieser alte Mann wusste genau, was er ihr anbot. Sie hasste es, keine Wahl zu haben. »Ich werde darüber nachdenken«, sagte sie. Wieder zog ein kurzer Schatten der Verärgerung über das Gesicht des kahlen Rosigs und wurde schnell überspielt. »Dann denke darüber nach, aber nicht für lange. Die Soldaten des Imperators ziehen sich zusammen, und es bleibt nicht mehr viel Zeit.« Er verließ das Zimmer durch dieselbe Tür wie die anderen und ließ sie mit Jules Vey allein. »Ich mag diese Rosigs nicht«, sagte sie so laut, dass der Alte es draußen auf dem Korridor hören musste, und fuhr dann leiser fort. »Müssen wir mit ihnen gehen? Du musst. Ich muss in den Süden zurückkehren.« »Was? Irgendjemand muss ein Auge auf die Gurkisen haben.« »Nein.« Jules Vey musste lachen. »Zweimal hast du versucht, mich zu töten. Einmal hast du versucht, vor mir wegzulaufen. Aber jetzt, da ich dich allein lasse, willst du, dass ich bleibe?« »Dich kann man wirklich nicht begreifen, Ferro.« Sie runzelte die Stirn. »Der Kahlkopf sagt, er kann mir zu meiner Rache verhelfen.« »Lügt er?« »Nein.« »Dann muss ich mit ihm gehen.« »Ich weiß. Deswegen habe ich dich hierher gebracht.« Ihr fiel nichts ein, was sie jetzt hätte sagen können. Sie sah zu Boden, aber Jules Vey überraschte sie, indem er plötzlich vortrat. Ferro hob die Hand, um einen Schlag abzuwehren, aber stattdessen legte er die Arme um sie und drückte sie fest. Ein komisches Gefühl, jemand anderem so nahe zu sein. Warm. Dann machte Jules Vey einen Schritt zurück, eine Hand auf ihrer Schulter. »Wandle auf den Fußspuren Gottes, Ferro Malgin.« »Hm. Sie haben hier keinen Gott. Du könntest eher sagen, sie haben hier viele.« »Viele? Ist es dir nicht aufgefallen? Hier betet jedermann sich selbst an.« Sie nickte. Das schien der Wahrheit recht nahe zu kommen. »Sei vorsichtig, Ferro, und höre auf Bayaz. Er ist der Erste meines Ordens, und es gibt nur wenige, die so weit leise sind wie er. Ich traue ihm nicht.« Jules Vey beugte sich näher zu ihr. »Ich habe dir nicht gesagt, du sollst ihm vertrauen.« Dann lächelte er und wandte sich um. Sie sah ihn langsam zur Tür gehen und dann hinaus auf den Flur. Sie hörte seine nackten Füße sanft auf die Fliesen tappen und die Armreifen leise klimpern. Er ließ sie allein, mit dem Luxus und den Gärten und den Rosigs. Mehrso. Lählte Erklärte aufFS